jo leute was geht willkommen zurück zu pokémon purpur ich habe off stream noch ein bisschen weiter gespielt aber ich habe nichts in der story gemacht ich habe nur pokémon gesammelt und ganz viele pokémon entwickelt ich kann gleich mal kurz ein step in den pokédex machen ich habe wirklich nichts in der story gemacht bin sogar einmal fast in ein lager von teamstar reingefallen habe ich aber nicht gemacht was ich jetzt gerne machen möchte ist einmal in die hauptstadt und man das die also die kartenführung haben sie echt nicht schön gemacht einmal in die hauptstadt weil ich habe über 200 pokémon und pokédex und da kriegt man ja jeder wieder was von diesem professor das würde ich gerne wissen was man dort bekommen kann und der battle pass ist natürlich auch weitergefüllt da kann man jetzt auch direkt mal reinschauen da muss ich mich echt zurückhalten das nicht selber zu machen hier 263 habe ich jetzt schon battle pass 210 monstein sehr schön timer ball sternstück ein turbo ball cool nochmal sternstück und ein freundes ball danach der funkel stein den brauche ich für galagladi ja sehr schön sehr schön ab ins biolabor ab ins biolabor bestimmt kriegt man von ihm ganz am ende den chiller pin flopp bälle ist gut aber ich habe mich über besseres erwartet vier verschiedene also wenn das nicht der schiller pin ist dann weiß ich auch nicht 400 ist nicht kompletter pokédex ich könnte gleich also so langsam ich werde die sachen die ich jetzt noch in der box habe zum entwickeln noch machen und dann können wir mal durch den pokédex gehen mir fehlt auf jeden fall das felino mir fehlt das geweiht das geweiht was ich ganz am anfang nicht mitgenommen habe das weiß ich geweiher maske regen mir fehlen sechs pokémon der starter entwicklungen aber da kriege ich heute von xerox hoffentlich das kroko nur was ich jetzt machen möchte ich hatte hier ein see gesehen achso hier ist irgendwo ein see na wo ist der see wo ein herrscher pokémon drin ist was mir auch aufgefallen ist hier sind sachen so ausgegraut auch oben rechts sind sachen ausgegraut ach ich bin nicht wieder im norden auch mann das ist aber auch nervig so jetzt hier ist der see und hier soll ein herrscher pokémon drin sind das habe ich aber nicht gefunden auf anhieb ja hier oben war ich überall schon hier habe ich einmal rein geluschert aber was ich jetzt mache ist natürlich ganz normal die story weiter und ich denke mal das nächste story gebiet könnten hierhin noch mal eine arena leiter machen elektro arena orden da könnte ich easy schnell hinlaufen oder ich würde gerne vater legen hier stahl herrscher orden das würde ich gerne machen durch hier aus ne von hier aus einmal nach rechts mir das pokécenter holen bei der arena und dann links rüber zum herrscher pokémon weil ich glaube man kann noch klettern auf jeden fall mit dem pokémon dann kann man berge hoch klettern weil ich hatte ein paar stellen wo ich nicht hoch kam das war ein bisschen ärgerlich und Qualität qualität brauche ich ja immer noch Fertilität ja brauche ich nicht ähm Ich wollte dem Fluss folgen. Ja, ich wollte dem Fluss folgen. Den sieht man schon. Ich glaube, ich habe hier auf der Ruhtau schon einiges gekillt, ne? Wie ihr da habt gestern. Ich würde auch gerne weiter in der Story fortfahren, weil ich würde auch gerne mal krassere Raids machen, damit man mal ein bisschen EP-Mommungs und so sammeln kann. Und allgemein mal sehen kann, was da so für Pokémon gibt den Raids. Aber ich sehe echt immer nur Level 1er Raids und so. Level 1 und 2. Ganz selten mal ein 3er. Können wir Just for Fun gerade mal gucken. Ja, Katapultra ein Level noch. Slimer ein Level noch. Taforgita entwickelt sich auf 38. Mal kurz reingucken. Irgendwas, was ich brauche. Geweiher. Komm, machen wir Geweiher eben schnell. Und da ist wieder das Knapfel. Das brauche ich auch noch. Das Knapfel brauche ich auch noch. Ja, Maskergato, also mein Starter-Pokémon, ist echt richtig, richtig stark. Dieser Blumentrick, das ist so eine kranke Attacke. Dazu noch Knuddler. Einfach richtig krass für Drachen. Und Unlicht, wo ich ja auch nichts dagegen habe. Nachthieb für Psycho und Geist. Ja, und ich glaube, umso mehr Ort man hat, umso besser wird auch das Shop-Angebot beim Markt. Weil ich kann immer noch nur Super-Bälle kaufen. Und das ist echt manchmal ein bisschen krampf gewesen, um über 50 einmal Super-Ball zu fangen. Geweiher, sehr gut. Ja, und was ich als Tipp schon mal geben kann. Diese ganzen Pokémon, wofür man Steine braucht. Finde man auch alle so in der Overworld. Also dieses Ralapeño-Ding. Habe ich auch schon gesehen. Oben im Norden. Habe mich ein bisschen gestört, weil ich habe dafür extra meinen Feuerstein benutzt. Und dementsprechend fehlt mir jetzt die ganze Zeit Arcani. Was ich ja eigentlich mit ins Team nehmen will. Das ist echt ein bisschen schade. Gucken wir mal, was wir hier machen müssen. Das ist ja auch einer aus Top 4. Okay. Auch von der Top 4. Also wenn wir jetzt heute komplett nur Story durchziehen. Also die Quest-Marke abfarm. Dann könnte ich heute gut vorankommen. Denke ich. Je nachdem wie umfassend die Story hier noch ist. Ach ne. Da fand ich schon den YouTube-Trailer ein bisschen cringe. Verlass die Arena. Okay. Also da haben. Influencerin. Ach die ist da so vorne im Vordergrund. Wir haben aber auch jedes Begriff aus dem Internet raus reingehauen. Hoffentlich ist das alles was man machen muss. Findet den Schlendermann. An meiner Fertigung zeigt sich Pokémaniac. Lüxio. Lüxio. Also da sehen wir uns wir sehen. Lüxio. Also kommt es dir so ein bisschen raus. Ich bin da. Wirَäh! Bist du schon mal, dass du hier schon verhebt. Ich bin da. DaHome. Also schade. Also lasst du hier haben. Äh. D&D-D&D-D&D-D&D-D&DK. Ich bin da. Jetzt muss ich wieder suchen. Das ist diesmal tatsächlich nicht so einfach. Ach ist der im Poké Center. Das ist das nicht so einfach. Ich bin halt auch komplett overleveled. Also komplett overleveled. Ich bin halt auch komplett overleveled. Als Arena-Leiter. Sehr gut. Schlendermann. Ey, das gab es schon 3.000 Pokedollar. Gut. Oh, Blitzer lag da rechts. Das fehlt mir noch. Ich hab Aquana, ich hab Glatzi... Wie hieß das nochmal? Glaciola oder so? Und Felinara. Die hab ich schon. Gefangen. Die findet man auch einfach so in der Overworld. Evoli zum Beispiel hab ich noch nicht. Das ist dann nicht so. Und dann habe ich noch nicht. Ich bin froh, wenn diese Arena vorbei ist. 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 Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Bumpets habe ich auch schon. Ich bin froh. Ich bin froh. Oh, Traumagiel. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Elektro 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 Ach guck mal, hier gibt es so eine Mausratte, die sollte ich mir noch eben holen. Die habe ich aber letztes Mal nicht gesehen, also ich bin ja schon mal lang gefahren. Die habe ich nicht gesehen. Wo gibt es sie, ist sie hier? Rotom habe ich schon. Kamorix. Slime da, ist sie, Maus. Zwiebs. 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 Okay, die hat auf jeden Fall eine Weiterentwicklung. Chillic, chillic, chillic. Okay, jetzt habe ich ja alles schon. Okay, jetzt muss ich mal gucken, wo ich lang muss. Ja, Chapeau. Hier, ne? Einfach geradeaus. Du brauchst Wasser. Nur nicht da. Wahrscheinlich kann ich von hier aus eher nach Norden. Östliche Zone 3 und in östliche Zone äh 2. In östliche Zone 3 gibt es Fatilité. Weherber. Ich hoffe, ich finde dann die Entwicklung, weil ich weiß nicht, wie man es entwickelt. Im Internet steht, dass man 1000 Meter mit dem laufen muss. Habe ich gemacht. Es entwickelt sich nicht. Vielleicht finde ich ja hier schon die Weiterentwicklung. Zufall geht doch auf 35. Also ich weiß nicht, dass ich. Okay. Fucano, komm, sag mir, hier gibt es auch einen Arcani. Das wäre so wichtig, weil ich weiß echt nicht, wo ich nochmal einen Feuerstein herbekommen soll. Manchmal laufen ja hier so die Entwicklungen auch mit rum. Müssen wir nur mal ein bisschen gucken. Und ein bisschen Glück haben. Dictry. Mal Dictry. Naja, wird schon. Kämpfen. Oh, was ist da? Hier ist der Motor. Knattox. Oh, was ist da? Ich bin gespannt ob der sich einfach per Level entwickelt. Ah ja, Normie-Theme weiß ich auch noch nicht wie man den entwickelt, also müssen wir auch später nochmal schauen. Man muss glaube ich, da hat er gestern gesagt, man muss einen Trainerkampf machen. Also ein Online-Battle. Ich fühle es, hier gibt es Arcani, ich fühle es. Wir gehen erstmal in den Berg rein. Okay, hier können wir anscheinend später klettern. Gehen wir doch nicht in den Berg rein. Da unten ist noch Berg rein. Okay. Hier rein. Hier spinnst, weil ich auch noch nicht was mit dem Münzen machen kann. Ein Donnerstein. Gut. Gut, gut, gut. Jetzt müssen wir kurz gucken, wo ist das Herrscherpogen nochmal. Mal weiter durch. Okay, in der Fahrt noch folgen. Ready? 行. Weißt du, wir sind ein paar Leute hier. Weißt du, wir sind viele Leute hier beim Vorsicht? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Voltoball gibt's hier. Das war's für heute. Ich auch noch nicht. Flottoball. Das war's für heute. Ganz kurz gucken. Tan Ping Yong entwickelt sich doch einfach so oder? Mit Levelaufstieg. Tan Ping Yong. Ja, 39. Alter, schwere. Was ist das denn? Sag nicht, dass... Was ist das? Schlurm. Verborgenen Stahls. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Jetzt hab ich nicht aufgepasst wo der hin ist. Upsiii. Da ist er. Da wird er nicht mehr. Mit längerer Zeit. Das war's für heute. 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 Ja. Blumen trägt man da, sind da gut. Blumen trägt man da, sind da gut. Ne, da kriegt man safe klettern. Aber safe, safe. Und dann kann ich eigentlich direkt zum See und dort den anderen Herrscher machen. Und dann kann ich da. Slimer entwickelt sich. Slimer ist auch underrated Pokemon. Riolo könnte ich mir auch besorgen. Bling. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und wo packt er das dann hin? Komm, klettern. Hochsprung. 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 Ich bin gespannt, wie hoch man springen kann. Aber ich dachte, man könnte auch klettern. Tatsächlich. Jetzt den Weg noch wird, kann man hören und noch röberspringen als gewählter Kursrhythmus. So einen kleinen Sprung, okay. Direkt ausprobieren. Oh ja. Das ist ein Hochsprung. Fulcano, komm, sag mir, ist irgendwo ein Arcani, bitte. Ne, da ist nix. Oh, das entspannt. Weiß nicht, ob mir das weiterhilft. Irgendwo war da noch ein... Ist das dieses Schlickding? Schlurm. Dann fahre ich mit voller Geschwindigkeit in den Reihen. Was? Da. Schlurm. Es heißt tatsächlich Schlurm. Das ist doch neu, oder? Das kenne ich nicht. Das ist doch neu, oder? Wie ist das, ist es schwer zu fangen? Das ist doch schwer zu fangen. Hallo? Ich mach mal Flockball. Was ist das? Was ist das? Ey, ist das ein legendäres Pokémon oder was? Was ist das für eine Fangquote? Ey, das ist gar nicht voll. Was ist deridad heiler? Oh, back um. Was ist deridad heiler? Was ist deridad? Wie ist das? Ey, kommt sofort wieder raus Ich versuche erstmal Flop Ball Obwohl, ne Killt denn das? Wahrscheinlich, ne? Ich mache erstmal Wirbler Wirbler So, jetzt wird es ja wohl dranbleiben Wirbler Stachelspore Also mehr geht jetzt echt nicht Moin Xerox What the fuck? Das war das mit Abstand schwerste Pokémon zu fangen Mit Abstand Crazy Der hat doch safe eine Weiterentwicklung, ne? Ach ja, meine Boxen habe ich auch aufgeräumt Also hier sind jetzt wirklich nur noch die, die ich leveln, äh, entwickeln kann Alles andere habe ich weggehauen FM hatte ich gefunden, genau, hier ist mein Felinara Ähm, Mammolida, weiß ich nicht, ob das eine Entwicklung hat Oder eine Vorentwicklung oder so ist, wir haben sich erstmal dagelassen Komme ich jetzt hier hoch? Krass, man kommt hier einfach hoch Irrlicht, cool Ne, hat's nicht, okay, dankeschön Kannst du auf jeden Fall löschen Vielleicht in der Ostzone 3 gibt's Arkani Serox Trinken wir das heute hin mit dem Tauschen und mit dem Kroko Heißbrocken Will ich nicht Was war das denn für ein Bug? Ich habe keine Ahnung Das ist schlecht Ist zufällig ein Funkelstein Ähm, ne, den kriege ich aber bald Den kriegst du im Battle Pass Bei 240 oder 250 Pokémon Ich bin auch kurz davor Für, äh, Galagladi Oh, da habe ich sie schon bekommen Ich bin so ein Ich bin auch schon Steinhagel, das ist geil Kirlia Oh, da war ein Gladiator Ding, das habe ich auch noch nicht Das hat doch hier auch eine neue Entwicklung, eine dritte Ach, come on Mit dem Legi frei, habe ich doch gesagt, mit den Herrscher-Pokémon Mit den Herrscher-Pokémon Klippe, Sprinten Das Flug-Pokémon Schwimmen Domfahren Fliegen Und das, was ich gerade gemacht habe Hochsprung und das letzte wird wahrscheinlich Klettern sein, Herrscher der See Bis gleich bei Klippe, ja Klippe hat Hochsprung, äh nicht Hochsprung Klippe hat Sprinten Dass du schneller fahren kannst Ey, ich musste gestern nicht ein Pokémon schwächen Es war immer direkt drin Was ist das denn jetzt hier? Und dann kriege ich ein Critical, das ist auch echt witzlos Leute, hier gibt es auch Gold, Goldra Mann, ich brauche Arcani Leute, hier gibt es doch bestimmt Arcani, oder? Funkelstein, lol Hier findest du einen Funkelstein Du wolltest einen Funkelstein haben, ne? Den findest du hier Mach dir einen Screenshot Östliche Zone Links von Fairmanka City Hier Genau hier Ich geh nochmal raus Da siehst du es, ganz rechts hier Beim Leuchtturm, da rechts Hier auf so einem Berg Die Pokémon sind nur Level 20 Das sollst du auch hinkriegen Äh, schon wieder wach, Kuri Die Frage ist doch, wieso bist du wach? Hast du denn schon Focano, weil du Arcani so sehr Focano hab ich schon, aber ich hab den Feuerstein verschwendet für Jalapeño Obwohl man Jalapeño auch so in der Overworld findet Und ich glaube Arcani findet man bestimmt auch in der Overworld Ey, das Seiten will ich haben Scheiße Ja, Focano hab ich schon Ach, es ist erst 22.35 Uhr bei dir? Neun Stunden, ja gut, macht Sinn Hier ist halb acht morgens Ah, yay Haben wir das auch fertig Katapult right in Sehr cooles Pokémon Als nächstes Gehweier Meine ersten Runden LOL Ey, ich hab doch, hab gesehen Du hast letztens schon mal LOL gespielt, ne? Hast du nicht sogar direkt gewonnen oder so? War da nicht was? Cool, cool Ich wünsche dir ganz viel Spaß Ah ne, du hast Teamfight Tactics gespielt, ne? LOL, wer, also wer jetzt noch in LOL einsteigt Dem wünsche ich ganz viel Spaß Das ist ja so, so schwierig da jetzt reinzukommen Mit dem Zauner verschiedenen Charakteren Da muss er gefühlt erst mal studiert haben Um da durch zu blicken Beim Pokémon fangen ja Äh, hofft mal, dass ich ein Arcani finde Ein Arcani brauche ich Oder das ist die Entwicklung von diesem Weherber hier Und ich meine Hier unten war doch ne Höhle Hier unten war ne Höhle Wo ich Hochsprung brauchte Fucano Ups, wo bin ich reingeflogen? Äh Hä? 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 Das war's für heute. Irgendwo war auch eine Höhle, wo ich den Sprung brauchte. Hier gibt's Kinnquorn. Ach, was ist das denn für eine Hitbox? Donnerstein, natürlich. Hier gibt's bestimmt Arcani. Oder östlichen Zone 3 dann. Aber wenn's ja auch Kinnwurm gibt, das brauch ich auch. Hier gibt's Kinnwurm. Hier gibt's Kinnwurm. Kinnwurm ist wahrscheinlich eher in einer Höhle drin, als hier draußen. Hier gibt's Kinnwurm. Hier gibt's Kinnwurm. Hier! Gehen wir mal gleich einen Kaffee holen. Gehen wir mal gleich einen Kaffee. Gehen wir mal gleich einen Kaffee holen. 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 Ne nur noch Blitzer und Flammerer fehlen nur noch, nice, 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 jetzt gibt es hier noch den, den nehme ich auch mit, Molunk, es geht voran, es geht voran, wie man Kravelle bekommt, weiß ich nicht. Bis zum nächsten Mal. Kind Worm, hello. Siroc, kennst du auswendig die Entwicklung, die Level der Entwicklung von Kind Worm? Da muss ich richtig wieder reinbuttern. 55 wieder ne, denke ich auch. Drin. G zum G. 30 und 50 Dankeschön. Mist, wie er paralysiert. Trotzdem schneller. Ja. Ja. Oh, okay. Oh, weh. Was ist das denn für eine Kindwurm-Party hier? Alter Schwede, was geht denn hier ab? Mach mal einen Clip, Sirux. Das war ja eine richtige Party. Guck mal. Ich fahr rein, keiner da. Kindwürmer. Man, das ist schon wieder so scheiße schwer zu fangen. Das ist schon wieder so scheiße. Das Problem ist, dass es könnte... ... ... ... ... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Und die Gegner manchmal diese Mehrfach-Dinger treffen. Och hör auf ey, was ist das für verkacktes Pokémon man. Am besten jetzt noch killen, das wär's da gewesen. Ach Gott sei Dank, geil. Ey, wie soll ich denn da rauer durchkommen? Einfach drüber geflogen. Einfach drüber geflogen. Okay, ich glaube, ich hab dann hier alles, oder? Gibt's hier noch irgendwas Spannendes? Kupfanti, Diktri und so, nö. Dann kann ich jetzt nach... Ich würd' sagen, östliche Zone 3 nach Süden. Hier so. Oder zu dem Poké Center machen, hier. Schade, ich hab keinen Arkane hier gefunden. Und auch nicht die Entwicklung von W. Aber... Müsste gleich auch nochmal ein paar Pokémon entwickeln, ja. Aber ich wollte das Story also weitermachen. um... Damit! Ich bin schon dabei... Um, um, um... Was ist das? Hier gibt es bestimmt Arcani. Oder es gibt irgendwo noch einen Feuerstein. Musst du gucken, vielleicht habe ich sogar einen eingesammelt. Wasserstein. Mondstein. Funkelstein. Den kann ich gleich mal einsetzen. Feuerstein! Sag mal, Pachirisu hat keine Weiterentwicklung, oder? Nicht, da ich wüsste. Wo ist das Fulkaner? Geiler gladiiert den. Danke, Xerox. Kann ich den auch freilassen. Und, ähm, Seewoll auch nicht, oder? Ne, Trey braucht nur für diese Attacke Trugschlag. Geiler gladi, meinst du? Ist das blöd? Wer bin ich? Ja, kann ich die geben. Gebe ich dir für, ähm, das Feuerstarter. Muss nur ein Ei machen. Hier, Servoll, hat der eine Weiterentwicklung. Servoll. Ach nö, komm was hier ist. Zur Ruhe habe ich schon. Alter, wieso sieht das hier richtig gut aus? Also hier ist mal richtig Vegetation und so. Hier ist ja mal richtig was los. Scheinungs habe ich schon. Dafür leckt es hier auch ganz gut. Ach man, ich habe den gelevelt. Wie ein Irrer habe ich den gelevelt. Also das mit dem Leveln, das auch rückblickend war. Obwohl, Leveln ist natürlich viel entspannter als zu fangen. Also war es nicht ganz umsonst. Ah. Schön. Medizie gibt es hier. Krass. Ich auch noch nicht. Okay. 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 Ich kann fragen was das für ein Terra-Typ ist. Boden? Ah, könnte sein. Ich geh mir mal eben einen Kaffee machen. Bin eine Minute zurück. Ich geh mal darauf hin. Dann weiter los. Doch. Geh das? Idee. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das dritte Spiel sei wieder abgekackt. Wie weit bist du denn schon, Nobu? Wie viele Orden hast du oder was verfolgst du gerade? Das Grund kaputt gibt's auch. Ein Skunntank. Ein Orden, ein Monster war gesiegt. Okay. Hast du Klippe gemacht? Ja, dafür freue ich mir Frühstück. Gut, gut. Ich bin so süchtig. Ich hab gestern 9 Stunden gestreamt und danach nochmal 4 Stunden auf der Couch. Einfach nur Pokémon gekillt. Ja, das Herrscher-Pokémon, was du da besiegt hast. War's Klippe? Oder welches Herrscher-Pokémon? War ein Vogel. Ah, okay. Kannst du ja jetzt auch schon Surfer. Ich finde, das Lied hört sich. Bisschen an wie von Splatoon, oder? Aus dem Fall einfach ZR, zählt das? ZR, ja, das zählt. Angeblich. Ich hab's auch versucht, weil ich's Pokémon versuchte zu entwickeln. Weherber habe ich gestern richtig lang versucht, es hat nicht funktioniert. Und Pamamo weiß ich auch nicht, wie das geht. Die Elektromaus. Pamamo, keine Ahnung, wie das geht. Meinst du Pamamo oder Pamamo? Weil mit Pamamo hat's irgendwie funktioniert, ohne dass ich's wusste. Mit Weherber irgendwie nicht. Ganz komisch. Also ja, ZR, glaube ich. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Ich weiß auch nicht, wie es funktioniert hat mit Pamamo. Und dann weiß ich nicht, wie man Pamamo entwickelt. Krass, so sah der Voraus. Paamo geht über Level und Pamamo über Schritte. Ah, das heißt, mit Pamamo muss ich Schritte machen. Ja, sag mal Bescheid, ob's bei dir funktioniert. Bei mir hat's irgendwie nicht funktioniert gestern mit Weherber. Ich bin bestimmt eine halbe Stunde mit Weherber rumgelaufen. Es hat nicht funktioniert. Und dieses Reloc, da muss man ja auch mit rumlaufen. Ja, das sind so diese Extra-Porten. Pokémon, das werde ich dann zum Schluss machen. Ich mache jetzt erstmal die ganzen Pokémon, die über Level sich entwickeln. Da habe ich auch noch einige. Und dann kommen diese ganzen Extra-Sachen. Knabo und auch. Da muss ich ja 10 Fertility-Splitter haben. Und die eintauschen in einer Stadt. Damit der sich entwickelt. Alpollo tauschen. Dieses Delfin-Poké muss man kämpfen. Das sind diese ganzen Extra-Sachen, die mache ich alle später. Vielleicht auch Off-Stream. Mal gucken. Ich bin gespannt, ob der Big Boss der Giovanni ist. Das wäre geil. Oder? 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 Das war's für heute. Hallo. Guten Morgen Manni. Wie hast du geschlafen? Gehts dir gut? Besser, das freut mich. Bei mir auch alles gut. Bei mir auch alles wunderbar. Hier gibt es noch Knapfe. Ich hab's aber noch nicht gesehen, weil er so ein Mini-Winny ist. Ist hier so ein Koala. Den Knapfel hätte ich halt echt schon gerne. Ich kann mir sogar vorstellen, dass er irgendwie an einem Baum hängt oder so. Bämon hab ich schon. Phantomkraft, cool. Ja, wo ist das Scheiß der Knapfel? Ich hab's aber noch nicht gesehen. Oh, und das Tentagra. Moin Tumi. Wie geht's dir? Kramoryx. Tanzer. Oh, Mensch. Werdstein. Gut. Alles gut. Freut mich. Bei mir ist auch alles wunderbar. Ich bin richtig süchtig. Wirklich. Ich hab gestern 9 Stunden gestreamt und danach nochmal 4 Stunden Pokémon gelevelt. Beziehungsweise entwickelt. Oh, Mimigma gibt es. Den brauche ich auch. Ich brauche noch echt viele. Ich habe gedacht, ich habe schon viele, aber ich habe jetzt ein bisschen über die Hälfte. Ist es noch 50 oder so? Muss halt laufen, dann, wenn es die Schritte hat, ein Level abmachen. Okay, woher weißt du denn, wann es die Schritte hat, weißt du? Wenn das bei dir geklappt hat, dann sag mal Bescheid. Der hat gestern Abend auch angefangen. Ey, nice. Und? Einfach so lange im Team behalten. Also, er muss nicht, er muss aber physisch rumlaufen. Er muss ihn hier so rausholen. Und da muss er rumlaufen. saurer Apfel. Ach komm schon, hier muss irgendwo Knapfel sein. Ich spüre es. Ich spüre es. Hier wäre auch so ein Ding gewesen. Die Heuschrecke. Hier muss irgendwo ein Knapfel sein. Come on. Blip. Ach, guck mal hier. Die gibt es auch. Hallo. Tobi, wie weit bist du denn? Hast du schon den ersten Orden oder das erste Herrscher-Pokémon gemacht? Ich muss gleich mal gucken am Pokésentor, ob ich hier Zyperbälle kaufen kann. Finsterbälle wären auch mega gut. Oder ich muss mir echt ein Pokémon züchten mit Trugschlag. Das macht doch alles keinen Sinn. Zum ersten Orden bin ich gerade am Pokémon-Farm. Ey, das Pokémon-Farm macht übel, Boxer, ehrlich. Und das ist wie so eine Never-Ending-Story. Es gibt immer noch ein Pokémon, immer noch ein Pokémon, immer noch ein Pokémon. Das ist so nice. Ich weiß, wie lange ich da gestern gebraucht habe. Irgendwie vier Stunden bis zum ersten Orden. Viel mehr als damals, ja. Das macht auch so Bock. Ich weiß auch nicht, wieso das hier so Bock macht, die Pokémon zu fangen. Ich war früher nie so. So diese ganzen alten Editionen. Ich bin einfach durchgerannt. Ich wusste, welche Pokémon ich haben will und fertig. Entweder es liegt daran, weil es ein komplett neues Game ist und man nicht weiß, wo es was gibt. Aber glaube ich auch nicht was. Aber Schwertschild auch nicht so krass. Oder es ist, weil alle in der Oberwelt rumlaufen. An irgendwas liegt's. Dann gibt's diesen anderen Affen bestimmt auch noch. Ey, guck mal, wie schnell mein Maskargato ist. Hält der richtig mit. Aber ich brauch immer noch Knapfel. Vielleicht hol ich mir Knapfel auch einfach über einen scheiß Raider. Oh, Mord hab ich schon. Ja gut, dann gucken wir mal, wo ich lang muss, ne? Ey, dieses, was ich das Knapfel nicht finde, das geht mir auf den Piss. Oh, weg die Shams, hier könnte ich hin. Oder? Und hier kann ich später noch hin. Hier ist auch weg die Shams. Normal Orden. Ja, ich würde hier, durchs Wasser. Ne, oder ist das Eis? Das Eis, glaube ich, ne? Also einfach, ähm, äh, die Kamerafrühung ist echt nicht schön gemacht. Also genau hinter mir. Da, hoch. Äh, äh, äh. Ja, wie komm ich denn da lang? Es sind überall Berge, 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 Berge. Wahrscheinlich hier außen rum, ne? Das heißt, ich muss durch die Wüste erstmal wieder. Okay. Ja, mit dem Knapfel ist doof. Ha, finde ich jetzt nicht. Wenn jemand von euch Knapfel hat, ich brauche einen Knapfel. Ich glaube daran, dass man älter wird, wenn man das als Kind anders sieht. Aha. Ja, könnte auch sein. Könnte auch sein, tatsächlich. Xerox, fängst du viele Pokémon oder rennst du eher durch? Xerox ist ja noch was jünger. Immer noch keinen Hyperball. Ja, fang alle. Ja, ich glaube auch nicht, dass es im Alter liegt. Äh, weiter nach Norden. Da vorne zum Pokémon Center. Vielleicht finde ich ja noch Random Arcani. Jäger und Sammler. Hey, wenn einer von euch Knapfel findet, ich brauche es. Ach, äh, Tumi, welches Starter hast du genommen? Feuerstein, schließlich. Alles gefangen, was ich konnte. Hm. 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 Coco fand ich irgendwie cool. Nice. Nice. Okay. Hm. 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 Okay. Wann entwickelt sich Voltuball eigentlich? Ey Tumi, du auch, viel viel Spaß. Ganz viel Spaß wünsche ich dir. Hier ist eine Arena, aber hier ist kein Orden. Also das wäre der absolute Horror für mich. Stell dir vor, du wohnst hier an diesem Ding und über dir ist ein Gehweg. Ich würde ja komplett irre werden und hier können einfach die Leute langlaufen. Ne, da würde ich nie im Leben wohnen. Nichtmals als Hotel würde ich hier hingehen. Das wäre absolute Horror für mich. Über dir der Gehweg. Ne, 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 ne. So, oh hier gibt es Flamara. Auf Anhieb Flamara finden. Flamara. Das brauche ich, der nächste Drache. Milzer. Milzer. Er wäre 37 schon. Nonterra-Typ Sneasel. Ah, scheiß drauf. Hab ich schon. Ich hab schon Sneasel. Ich denke ich werde den schwächen müssen. Ah, scheiß drauf. Vielleicht sogar mit einem Diebeskuss. Hoffentlich ist er nicht tot. Dein Parmaso. Wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht? Pah-moh-mah-moh. Und wo er wusste, dass es 1k sind, hast du einfach geschätzt. Ich habe eine Runde gezählt und dann hochgerechnet. Mache ich gleich auch, nächste Stadt mache ich das. Braucht gleich wieder Bälle. Aber wie hast du das gezählt? Hast du die Schritte gezählt, die dein Charakter macht? Okay. Milzer. Nice. Geweihern wickelt sich, tschuldig. Ja, ich muss mir auch noch das Felino holen. War dumm, dass ich das wegentwickelt habe, glaube ich. Äh, Choreogl. Hat der eine Weiterentwicklung? Choreogl. Hat keine Weiterentwicklung, Choreogl. Dankeschön. So, Flamara wäre jetzt noch. Huge hier. Kreuzschere, nice. Boah, die Pampuli-Weiterentwicklung, dann spare ich mir den zu leveln. Habe ich. Habe ich. Habe ich. Noch ein Milzer. Noch ein Milzer. Da, Jalapeno gibt es. Es gibt bestimmt auch Arcani. Was ist das denn? Ich glaube Nebulock, habe ich schon. Oh. 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 Eine andere Bolbrock-Form. Mortineva habe ich schon. Drei Überbälle, gut. Diebeskuss. Ach nö, es war so knapp. Das ist ja mal maximal belastend. Traumfugil? Ich finde es total spannend zu sehen, was für Pokémon es in der neuen Region gibt. Drachenpuls, auch geiles, geile Attacke. Ach nö. Kurz auf die Karte gucken. Hier gibt es Kramchef und Mundtier und Flammarer. Ich muss mich hier noch ein bisschen umgucken. Drei Pokémon, die ich brauche. Hummels wäre besser als Mundtier. Überlebt, krass. Ich brauche Eboli. Ich habe eben auch noch keinen Eboli. Ich habe jetzt keine Ebolischz. Schnell? Ich brauche mich auf der båt. Ich brauche es einfach nicht. Den Ort finden wo man züchten kann, du kannst beim Picknick züchten Lobo, wenn du Picknick machst kannst du züchten. Ja hier beim Picknick, da kannst du züchten. Ja hier beim Picknick. Ist Picknick 18 plus. Da ist das Mund hier, man ich hätte lieber Bummels aber gut, kann ich alles haben. Im schlimmsten Fall muss ich mir ein Ei machen. Ja hier beim Picknick. Ja hier beim Picknick. Ey man findet auch echt gut Sonnebobons, gefällt mir. Ja hier beim Picknick. 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 Oh gibt es da vielleicht viel Fertility? Hypno Schade Wo ich Miets von Garteboosten kaufen kann Also wenn du findest wo du Minze kaufen kannst dann sag mal Bescheid Oh Voltoball entwickelt sich Ich geh mal kurz auf Toilette Geht auf Yo Ich geh mal kurz auf Ich geh mal kurz auf Deinen Run Deine 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Meditia? Untertitelung des ZDF, 2020 Du hast einen Knopfel? Was? Haben will? Lass mal tauschen Lass mal tauschen Schick mal einen Code rüber Pampros gibt's hier Pampros und Flamara, das stört mich Will ich haben Ah Mist Mach schon mal Internet an? Computer auf sowas, auf was denn? Ditto zu fangen wird schwer Ich hatte schon Ditto Mein Ditto hat aktuelle Xerox Bei mir war ein Tauros versteckt als Ditto Ja Da muss der echt Lack haben Ah, guck mal da Der ist auch neu Das ist auch neu Okay Das ist auch neu Das ist auch neu Zwei Knopfel? Zwei Knopfel? Wieso brauche ich zwei Knopfel? Ach, die haben unterschiedliche Entwicklungen, ne? Stimmt, da hast du recht Okay, Nobu Kein Stress Sehr gut Wie das mit dem Züchten genau geht Weiß ich aber nicht Ja, Nobu wird das bestimmt rauskriegen Also wenn ich es jemandem zutraue Dass er es rausbekommt Dann Nobu Xerox hat versagt Hier soll es Flamara und Pamp rausge- Ups Pamp rausgeben Du hast bestimmt grundlegend irgendwas falsch gemacht Vielleicht geht das doch echt nur, wenn du diesen Eyeboost aktiv hast Oh, du musst irgendwas noch drücken oder machen Oder aktivieren Oh, das geht erst ab einer bestimmten Stelle in der Story Ich muss mir auch noch ein Stilino holen Ich muss... Also wenn ich den nächsten Orden habe, muss ich mal... Im Backtrack Einfach ein Kram, Chef Im Backtrack machen Zu dem Anfangsgebiet Mir Felino holen Und ein paar andere Sachen, glaube ich Ah, das geht los dem Anfangsgebiet Aber wenn du prochainımız Die Aber wenn du glaubst! Hat es und s Nichts da Wir No Abrapp Aus Fen Fehler Options Durch Das war's für heute. Kramchef auch im Sack. Oh, Tafogita entwickelt sich auch. Nice. Das ist mal ein Hammer. Kramchef auch im Sack. Kramchef auch im Sack. Kramchef auch im Sack. Kramchef auch im Sack. Ist das die stärkste Attacke im Game? Kramchef auch im Sack. Ich kann bis zu 300 Stärke haben. Boah. Bevor ich jetzt hier weiter... Obwohl da unten geht's ja lang. Jalapeno. Man, das ist... Proflamara. Oder Pampos. Oh, Snobelikat. Oh, Snobelikat. Mund hier. Oh, Lini Raid. Halt dich nicht. Danke. Schritt 1. Ein Sandwich kaufen, das Eierkraft hat. Schritt 2. Mit den zwei Pokémon, die man verkaufen will, picknicken. Das Sandwich essen und dann warten. Die Eier spawnen in den Korb, am Tisch, nach einer gewissen Zeit. Ich hab dir aber auch gesagt, Xerox, dass du ein Eis kaufen musst. Oder Sandwich. Wie lange brauchen die, bis ein Ei kommt, Nobu? Wie schnell kommen die Eier? Aber nicht länger als eine Minute. Okay, chill ich. Und dann werden die alle automatisch in die Box transferiert. 10 Eier kann der Korb maximal fassen. Cool. Das ist natürlich viel entspannter als früher, wo man immer die ganze Zeit dann den Typen ansprechen muss, damit er dir das Ei gibt. Sie alle rausnehmen und weiter warten. Ey, das riecht gut. Also das finde ich ist eine richtig coole Erneuerung. Findet ihr nicht? Doom Easel entwickelt sich übrigens auf Level 32, wenn es die Attacke, irgendeine komische Attacke erlernt. Ist ruhig ein Ditto. Frag Xerox, wer soll dir das Ditto geben? Oder Xerox soll erst mal das Feuer Pokémon klonen. Ein Klon. Ein Ei machen und dann dir das Ditto geben. Wir haben ein Ditto. Eins habe ich gefunden. Was ist das denn da? Ach, ein Baum. Null. Ach, guck mal. Deine gibt es auch. Sandwich in der Stadt. In der Stadt kannst du Emeladen einfach kaufen. Da steht dann immer Eierkraft und sowas und andere Kräfte auch noch. Verschiedene. Weißt du mal, wie lange das Sandwich hält? Braucht das länger. Okay, gut. Und besorgt dir mein Ditto. Das kann ja dauern. Also bei mir war es kompletter Zufall. Also ich bin bestimmt schon in 500 Pokémon, ach mehr, reingerannt und habe erst ein Ditto gefunden. Ja, ich wünsche dir natürlich viel Glück. Hier ist ne Evoli. Gerade vongesprochen, wie witzig ist das denn? Ich habe noch ein Ditto. Das heißt, Xerox kann dir das Ditto komplett geben. Vollständig. Das kannst du dann behalten. Also wenn Xerox fertig ist mit dem Ditto. Mann, ich habe mich so gefreut über Evoli und dann kommt ein Ditto und habe mich nochmal mehr gefreut. Das war aber auch echt... Das war aber eine Achterbahn der Gefühle. Ich guck mal, ob es hier noch ein Evoli gibt. Und verwandelt sich Ditto dann auch in Pokémon, was es hier sowieso gibt. Hier gibt es einen Mogelbaum, ich bin sauer. Mobile extra entwickelt, wie ein Irrer. Noch ein Mogelbaum. Barschwa, äh Barschuft. Guck mal da ist ein Welser, ein Welsdings. Schmerbe brauche ich. Barsch, schmerbe brauche ich. Was bitte übel. Will das Barsch, schmerbe ich? T Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war'n Gierspenst. Sie sind immer nur ganz knapp. Das war's für heute. 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 Pokémon Scan ist voll für den Hintern. Wieso? Pokémon scannen? Was ist dein Pokémon scannen? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, da. Falsch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 35 pro Strecke. Man ist ja langsam. Das war's für heute. Ich muss jetzt 20 mal langlaufen. Das ist ja... Das macht ja gar keinen Spaß. Das war's für heute. 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 UNTERTITELUNG Wie lange hast du gebraucht, Nobu? Das dauert ja ewig. Was ist los? Von der Tessertur muss man weg. Wie lange hast du gebraucht? 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 Ein paar Minuten. Jetzt gleich mal ein Bonbon einsetzen. Wie lange hast du gebraucht? Ich glaube tausend ist sehr großzügig. Ich glaube tausend ist sehr großzügig. Der sieht da fast genauso aus. Hamburg. Schön schön schön. Jetzt wer herbar. Sei nicht erst freigelassen. Ich glaube ich habe es tatsächlich freigelassen. Ok. Reloc brauchen auch. Da ist es. Deswegen ist es ein bisschen schneller. Wer aber? Ne, ich habe es schon gefunden. Danke. Doch, eigentlich schon. Also das Mozi, das ich hatte, das hatte Zaltag. Kannst du einen Krokodok haben? Nice. Bitte sag mir aber nicht, dass du dem einen Spitznamen gegeben hast. Wenn du einen Spitznamen gegeben hast, will ich es nicht. Ich brauche das ohne Spitznamen. Obwohl, ich mache eh Eier draus. Ist egal. Dann sag mal ein Tauschcode, dann komme ich. Alpollo müssen wir dann auch hin und her tauschen. Wenn wir schon mal dabei sind. Dann brauche ich nur noch das Wasserstarter von irgendwem. Ich glaube, das nimmt halt niemand das Wasserstarter. Galagladi aber zuerst. Ja, ja, du fiesel Galagladi. Tschö mal. Braucht ab nicht. Jetzt haben wir schon mal. Ja, das ist ja schon mal. Das ist ja schon ganz, ganz gut. Komm schon mal. Das ist ja auch schon mal. Untertitelung des ZDF, 2020 64, 7, 3, 9, 3, 6, 4 Suche starten Weiß man eigentlich schon wie man den Schiller Pin bekommt? Pokedex vorhin beim Biolera, danke Xerox, habe ich mir fast gedacht So jetzt Alpollo hin und her, ich brauche Gengar für den Pokedex Und ich muss noch mit irgendjemandem Kampf machen Für den Delfin Wenn das wirklich stimmt Ich brauche es nicht, ich brauche es nicht, ich brauche es nicht Ich brauche es nicht, 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 ich Danke, Syrox. 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 Du kannst dein Ditto behalten. Du kannst dein Ditto behalten. Ich habe einfach drei Ditto behalten. Ich habe einfach drei Ditto gefunden. Muss nur drin bleiben. Muss nur drin bleiben. Ich habe auch Omaha, die... Du kannst du nicht, TJ-Ditto behalten. Ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin. Und ich bin, ich bin. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Alter, wo hast du's gefunden? Oh, komm! Ach, kack. Ich kack ab, Alter. Was ist das? Ich töte das gleich. Ich kack ab, Alter. 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 Vielen Dank. Muss man hier voll das Rätsel machen. Schreckendrachen gewonnen, den habe ich. Hallo, jemand zu Hause? Warum antworten Sie denn nicht? Ey Kuchy, danke dir für den Raid mit vier Zuschauern. Willkommen zu Pokémon Purpur. Ach du Scheiße. Mach mal einen Shoutout für Frau Tag Traum Nobu. Okay, was gibt es denn hier so alles? Wir haben es wegen. Spritzer Zitrone vor allem in der frischen Note. Okay, ich muss mir den Scheiß aufschreiben. Ich muss hier mal anfangen, hier Stift und Zettel hinzulegen. Äh, Editor Zitrone. Okay. Ne, nicht du. Du. Mann. Ich will nicht mit dem sprechen. Boah, ich bin sauer. Man kann nicht mit jedem sprechen. Das macht es natürlich einfach. Ich kann mit dem Pokémon reden, aber nicht mit der. Lecker, lecker. Bin sauer. Hä? Wie komme ich hier hoch? Ja, gute Nacht, Kuchy. Ja, gute Nacht, Kuchy. Ey, lass mich da hoch, du Spast. Ich fühle mich komplett verarscht, wirklich. Ich fühle mich. Ich fühle mich. Ich fühle mich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sorry, aber bin ich blöd? Bin ich blöd? Wie kommt man da hoch? Ich kann doch nicht springen Ich bin blöd? Wie kommt man da hoch? Ich bin blöd? Wie kommt man da hoch? Ich bin blöd? Wie kommt man da hoch? Zwischen die Kiemen könnte halt eine Anspielung auf Fisch sein Ich komme hier nicht hoch, um mit den Leuten zu quatschen Ich komme hier nicht hoch Ist das verbuggt? Das ist auch dumm, hier steht ein Automat, den kannst du nicht anlabern Ich bin blöd? Ich bin blöd, ich bin blöd, ich bin blöd? Ich bin blöd, ich bin blöd, ich bin blöd? Ach, man kann draußen mit den Leuten quatschen. Okay. Draußen noch mit den Leuten. Man muss hier gar nicht hoch. Nicht verpackt. Moin, Wishblatt. Nee, 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 nee. Also man kann hier gar nicht hoch. Man muss draußen mit den Leuten reden. Aber die haben das so gesagt, als würde man hier drin mit denen reden. Wollt's mir auch nicht spoilern. Danke, Wishblatt. Danke, danke. Ich hab's jetzt gegoogelt, weil ich hab echt gedacht, das wär hier verpackt. Weil die so suggeriert haben, die Stammgäste würden alle nur hier drin sein. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Schon wieder ein Koch? Ah ne der Typ, ach der Typ Bevor der Kampf losgeht, hole ich mir noch einen Kaffee und dann wieder ein Koch? Ah ne der Typ, ach der Typ Bevor ich trinke doch keinen Kaffee, ich trinke einen Tee Ach, jetzt habe ich meinen Kopf vergessen Let's go! Kohlelu 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 Leu, das wird 17 Oh 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 Ganz schön unhygienisches Restaurant. Ganz schön unhygienisches Restaurant. Ganz schön unhygienisches Restaurant. Rokoko. 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 Oh, Terrorausbruch, da ist. Das ist alles immer so langwierig hier. Mal schauen, wo wir jetzt lang wollen. Ich könnte auf jeden Fall das Herrscherpoké machen, das letzte. Das würde, glaube ich, gut helfen. Ich glaube, dann kann ich klettern. Ähm, ja. Hier soll das sein. So, jetzt kann ich nämlich hier hoch. Easy. Sprachenklaue, geil. Und das, ähm, andere, ich glaube nicht, man muss diese Routen einsammeln. Und es gibt eine Routen noch. Da hinten. Ja, da. Ich gucke erst mal da. Ja, ich glaube, hier auf der anderen Seite vom Felsen. Da ist diese komische Route. Aber das schaffe ich nicht. Wie komme ich an diese Route? Später, wenn ich, äh, vielleicht, wenn ich dann, finally, klettern kann. Aber wo ist hier der Herrscher der See? Wischblatt, bist du noch da? Hast du hier den Herrscher schon gefunden? Ja, habe ich. Gib mal einen Tipp. Muss ich diese komischen Routen einsammeln oder ist er irgendwo versteckt im See? Schauen wir ihn nicht. Es geht nicht. Wie komme ich da hoch? Nee, klettern. Oh, okay. Von hier einfach. Tschüss. Terra-Stück Drache. Nice. Oh, zwei Stück. Das sehe ich mal schnell. 3.000 ich muss auch diese kleine Insel mit dem Nigerat hauen damit er kommt ah dankeschön dann weiß ich genau wo dieser Nia Gariri hat auch keine Weiterentwicklung oder? wo wir gerade mal dabei sind die kleine Insel wo ist sie nochmal? dahinter vielleicht oder ist es die? ne ne da gab es noch eine andere die ist es nicht ich glaube die ist es oder? hier ist die Insel da haue ich mal ein paar weg von denen Magiragi du warst mit der ersten richtig? ah Mist ok ich fahre ich schwimme nochmal schnell zurück was macht man eigentlich mit diesen komischen Federn ich habe voll viele von diesen Federn Prachtfeder kann man damit irgendwie ne keine Ahnung was man machen kann ach guck mal weil hier ist auch das Ausrufezeichen ok macht Sinn ich gehe gegen den Dude schon gekämpft ja hab ich ja los ich nass werden haa gigi haa 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 gigi haa gigi haa gigi haa gigi Das war's für heute. Schön, wo dich alle besiegen, ne? Das war's für heute. Boah, das ist aber ein dicker. Das ist ein dicker Oschi. Aha! Herrscher der Drachentäuschung. Ey, der haut ab unter Wasser. Seh dich. Tu dich sehen. Jetzt seh ich ihn nicht mehr. Scheiß, das war er nicht. Krass, nicht tot. Zum kleinen Tisch nun. Der von eben. Okay. Ah, ich hab's sogar auch, dass ich schneller bin. Ja, das war grad richtig scheiße gespielt. Das war richtig scheiße gespielt. Das war's für heute. Hüschblatt, weißt du oder kannst du mir erklären, wie man Krabbox entwickelt? Man muss da irgendwie an einen bestimmten Ort gehen, hab ich gehört. Stimmt das? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Was ist denn, dass der Fisch weg ist? Der war auch hier Das war jetzt leider noch nicht, okay Ähm, der Fisch ist weg Markierung war da Ich bin jetzt einfach, weil man hat den vor weitem gesehen Der fliegt einfach Ah, Pepper ist da Ich bin jetzt einfach, weil man hat den Fisch ist weg Krass, den ich One-Hit Heras Hai Dann habe ich alle Herrscher fertig jetzt Schon mal eine Sache abgeschlossen Hm Ich bin jetzt einfach, weil man hat den Fisch ist weg Ich bin jetzt einfach, weil man hat den Fisch ist weg Was meinst du genau, Novo? Ich bin jetzt einfach, wenn man hat den Fisch da Wenn du das Geist bemesst, wie du ein Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt heißt es leveln für dich, wieso? Ich muss erstmal die Story durchspielen. Mir fehlen ja noch Arenen und Starbases und mir fehlen noch 100 Pokémon und Pokédex. Pfeffer kann nix, aber der hat was drauf. Dani, vielen Dank für den Follow. Plottwist Futurus ist er selber nur aus der Zukunft. Skylord, danke an dich für den Follow. So und der Tor habe ich. Als nächstes level ich dann... Kramo ist Comeback. Kobo in Comeback. Bist du full life oder bist du dood? Du bist dood. Schade. Wo du Gruff gefunden hast. Gruff habe ich gefunden als allererstes in einem Raid, aber du findest Gruff auch im Schneegebiet und auch im südlichen Gebiet. Also da gibt es verschiedene Orte, wo du den finden kannst. Einfach die Story weiterverfolgen oder auf Krampf Terra Raids aktualisieren. Was? Habe ich doch gemacht. Guck mal eins, zwei. Guck mal es gibt hier eine Reihenfolge. Vier, fünf, sechs. Das ist sieben. Da jetzt hin. Da hin. Moldred, hier gibt es... Ah ne, habe ich schon. Wohnwiese habe ich schon. Südliche Zone, sechs. Ich muss halt echt Fatality finden, ne? Und das soll östliche Zone drei eigentlich sein, Fatality. Könnte auch zu dem. Versteckte Kampfmitglieder. Ich würde gerne die Arenen erstmal weitermachen. Hier, Weg des Champs. Mann, das ist immer das Problem, wenn man Open World hat, dann wird man ein bisschen erschlagen von den Möglichkeiten. Okay, gehen wir mal hier zu dem. Straße der Sterne. Ja, komm, machen wir mal. Das ist die Reihenfolge, wie du es gemacht hast. Sicher? Boah, weiß der dann schon, was 10, 11, 12, 13 ist, weil ich halt noch nicht gemacht habe. Ich habe ja noch gar nicht alles gemacht. Mann, in welcher Reihenfolge du sie gemacht hast. Ach, krass. Doch, hast du? Krass. Krass. Die Starbasen, muss ich sagen, die hätten sie für mich auch rausstreichen müssen. Das fühlt sich an, als hätten wir auf Krampf irgendwie in Team Rocket reinpacken müssen. Die gefallen mir echt am allerwenigsten. Also, die gefallen mir sogar gar nicht. Also, die gefallen mir sogar gar nicht. Ich weiß nicht, ob der schneller ist als ich. Sie geben halt auch nichts nützliches. Ja, ist so. Sie geben halt echt nichts nützliches. Sind total unnötig. Ist nur Zeitverschwendung. WOLF! Ja, vielleicht mal wieder. Ich mache unbedingt mal wiederum. Ja, jetzt mach Sie den Hör. Ja. 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 Ich darf dich nicht alleine. Oh. Oh, ich könnte mal in den Battle Pass gucken, ob es da was cooles Neues gibt. 299. Boah, so knapp vor 300. Funkelstein nochmal. Level Ball. EP Bonbon L. Und dann kommt ein Köderball. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 10. 14. Zeitlupe laufe ich Gucken wie lange eine Sekunde braucht 13 12 11 10 ist gerade nur ist gerade in Zeitlupe hier alles Vielleicht hätte man auch bei der Starbase dann quasi wie so eine Lichtwand hochziehen sollen Dass man nicht noch außen alles rendern muss Dann würde es hier drin vielleicht auch flüssig laufen Also dass da der Strahl angezeigt wird ist halt auch unnötig Aber du merkst halt es ist nicht optimiert Pink Otes Ja So ist es A So Das war's. Das witzige wird ja, egal was für Nachfolger die Nintendo, was Nintendo rausbringt, der Nachfolger wird auf einem Playstation 4 Niveau sein, Playstation 4 Pro Niveau oder sowas. Und da kann halt nicht mehr die Ausrede kommen, von wegen die Switch kann das nicht. Nur die nächste Nintendo Konsole, die wäre zu schwach. Dahinter wird sich ja noch aktuell ein bisschen versteckt, dass die Switch zu schwach wäre, was ja natürlich nicht ist, einfach schlecht programmiert. Aber dann, bei der nächsten Konsole, können die das einfach nicht mehr sagen. Und dann müssen die liefern. Ich glaube aber nicht, dass da... Also es wird nicht besser als das hier werden. Ich denke, es wird komplett so sein wie hier auch. Gen 10. Äh, ja, ja. Generation 10. Level 50, krass. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie einen Sprung nach vorne macht. Es wird nicht realer, es wird der gleiche Stil sein. Und ich glaube, es wird immer noch Lags und FPS-Einbrüche haben. Die Umgebung wird scheiße aussehen. Die Texturen werden matschig sein. Pixel Density wird scheiße sein. Also... Die Beleuchtung wird schlecht sein. Die Schatten werden schlecht sein. Das Wasser wird schlecht sein. Es wird alles so bleiben, wie es jetzt hier auch ist. Kantenflimmern des Grauens. Ich glaube nicht, dass sich da irgendwas tut. Groß tut. Ich bin schon ein bisschen gespannt, was... Wer der Boss ist von Team Star. Ist bestimmt jemand, den wir schon gesehen haben. Dann fehlt mir jetzt, glaube ich, nur noch einer von Team Star. Ja, der Link Star. Oder die Link Star. Oder die Link Star. Zauberschein. Aha. Ich glaube, das große ganze Ding ist, dass alles damit funktioniert. gemobbt worden und deswegen bei teams da sind finde ich bisschen übertrieben weil in jeder base bestimmt 30 leute als ob so viele leute gemobbt werden ist auch eher immer die minderheit und nicht die mehrheit also ist ganz schön free story krass kredo gibt Ach, jetzt ist noch der Boss übrig. Das ist der Boss? Ne, das ist nicht der Boss. Was kann man eigentlich mit diesen LP machen? Ich hoffe, dass man damit später irgendwas cooles machen kann. Was darf ich kaufen im Markt? Sonst nix? TMs craften. Sonst nix? Ich hatte gedacht, dass es später vielleicht irgendwie sowas wie ein Duellturm gibt, wie bei Schwertschild. Und wo man dann so einen Shop hat, so einen LP-Shop oder so. Fallgeldersatz und Halt für TMs. Okay. Also relativ unspektakulär. Habe ich hier alles? Jo. Dann jetzt ab... Ähm, dahin. Weg des Champs. Erstmal nach Rot und dann nach Blau. Stimmt, ich kann jetzt klettern. Kann ich dann theoretisch einfach hier hochklettern? Ja, wie geil. Sogar schnell. Gefällt mir. Guck mal kurz in den Raid rein. Freu nicht. Boah, es geht ja echt gut, Flott. Gefällt mir. Ganz oben auf dem Berg gibt es doch bestimmt was geiles. Okay. Du bist, das ist ja gut. Ja, ich kann jetzt mal kurz auf. Das ist ja gut. Ich muss jetzt mal einfach aufpassen, wie wir das o' und dann noch ausprobieren. Ich kann jetzt mal aufpassen. Das ist ja gut. Ich kann grad malen. Stafette, unspannend. Nichts Spannendes, nichts wirklich Spannendes, 3 Netzbälle, cool. Eistrahl, das ist cool. Ich finde kein Ditto, ja. Xerox, gib doch mal dem Nobu ein Ditto. Du brauchst das doch gerade bestimmt eh nicht, oder? Hyperbälle. Hyperbälle. Verkaufe ich die hier, oder kaufe ich die hier? Ich verkaufe, ne? Gibt es hier irgendwas cooles, Agilität, nö, Eiszahn? Gibt es hier irgendwas cooles? Durchbruch. Donnerschlag, kann das alle an, krass. Kaufen, glaube ich. Ne, der ist dann gerade Verkauf. Materialien gegen LP. Ab in die Arena. Wie ein stärkerer Mond. Wie ein stärkerer Mond. Alter, holt euch das Glücks-Ei im Eisgebiet. Bei der Eis-Arena gibt es Glücks-Ei. Wie geil. Wie geil. Wie geil. Wie geil. Untertitelung des ZDF, 2020 MC Rapper Da habe ich aber Angst Da habe ich aber Angst vor dem Der macht mich bestimmt fertig Mit seinem Raupi Level 2 Doppelkampf Das erste Mal Doppelkampf Cool Doppelkampf 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 Das war's für heute. als ob der immer stirbt so Ich hätte aber glaube ich lieber Das Item, womit man mehr Geld bekommt nach dem Kampf Münz-Amulett Ja, das ist gut Ah, es hat mal überlebt Das ist ein Wunder Das ist ein Wunder Das ist ein Wunder Das ist die Arena drin Das ist eine Omi Bereit auf Schreit auf Neid Seid gehypt Das ist die Arena drin Das ist die Arena drin Das ist glaube ich der fünfte Ordner Dann fehlen noch drei Alter Schwerte Das wird in Ordnung Habe ich völlig unterschätzt Dass das so lange dauert Aber mit diesen Arena Prüfungen Und so Das ganze Gequatsch Das dauert immer so lang Bitte fangt jetzt nicht an zu rappen Vor allen Dingen auch noch rappen In Man muss das hier selber lesen Gott, wie schlecht Boah, ist das cringe Und so Hilfe! Ne Mikma, muss ich gleich mal gucken wo es was gibt. Wo soll ich ihn dann gelassen? Lass uns ihn in die Abenteuerung! Ich habe damit keine Abenteuerung. Die Ereignisse ist auch nicht möglich, aber das ist der Weg. Die Ereignisse ist sicherlich. Die Ereignisse ist nicht möglich, aber die Ereignisse ist nicht möglich. Der ist echt cool Das gefällt mir sehr gut Das Pokémon Jo gut noch mal Xerox Ja gut noch mal Xerox Also Mimigma sieht auf jeden Fall noch mal besser aus als bei Schwertschild Ich glaube Pokémon Also Game Freak war auch sehr stolz auf das Pokémon Die sind den richtig am abfeiern Der ist auch echt cool Haben die echt cool gemacht Groove Ja gut noch mal Xerox 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 Dann Bermel 40 plus Ja sag ich ja Ich war dann gestern Sobald ich schwimmen konnte War ich zack bei 50er Pokémon Mit meinem Level 30er Maska Gato Und da kriegst du dann pro Pokémon 2 bis Also 1000 bis 2000 Erfahrung Und du siehst ja jetzt Das ist schon auf Level 70 Wenn du es drauf anlegst Kannst du so schnell leveln Und ich mache ja die ganze Zeit den Pokédex vor Wenn ich überlege Ich hätte nur mein Team gelevelt Hätte ich jetzt schon ein komplettes Team Mit Level 60ern Nur so 6 Drachen Pokémon Level 60 plus Terra Stück Geist Ich wusste es Dass es hier Terra Stück Geist gibt Habs doch gewusst Ich werde mal ganz schnell glaube ich Das Felino besorgen Was er fehlt Und Nobu hast du schon das Riolu Das würde ich auch nehmen Also beziehungsweise Lucario Wolltest du ja Dingsen Plus Ach da bin ich direkt wieder bei mir Ach guck mal Wenn man drauf drückt Ist man auf Norden Ähm X Pokédex 300 gefangen Als nächstes gibt es 3 Kometstücke Okay Felino Da Felino Da Felino Hast du schon Shines gebrütet Oder gefunden Oder gefunden OLD 15F falls Wenn man auch seine Schreck glapp Hast du auch bist du? 恐न Hast du schon ne no aber hormones Vergrund Was ist denn hier für eine Höhle? Meeresbuchthöhle. Ich erinnere mich an diese Höhle, an der Richtung muss ich, gab es nicht auch noch Wasser? So ein Item, Drachentanz, Backtracking zahlt sich hier auf jeden Fall schon mal richtig aus, es gefällt mir. Im Wasser bringt mir das auch aus, im Wasser? Ne, im Wasser ist nix, ne? Wasser bringt mir nix, schade. Hallo? So, ich brauche einen Felino, wo habe ich denn einen Felino gefunden? Ich glaube hier am Wasser direkt, oder? Ups. Dieses flüssige und fehlerfreie Gameplay, einfach Liebe, ja. Und diese Graphics. Moin Sharky. Das ist unglaublich. Also da kann sich das ein oder andere Spiel schon mal eine Scheibe von abschneiden. Von diesen Graphics. Da ist es. Komm her. Ja. Reader Torc. Ja. So, welches brauche ich noch? Wie sieht es mit dem Riolo aus? Wenn das hier in Zeltan nicht so aussieht, kaufst du es dir nicht. Wie sieht es mit dem Riolo aus? Wenn dir ein Ditto fehlt, kannst du mein Ditto haben. Sweeps noch entwickeln? Habe ich ja schon. Bummels. Da rechts. Nach da rechts könnte ich allgemein mal. Hier in den Sumpf. Könnte ich mal machen. Komm, Abfahrt. Kleiner Umweg, bevor wir zum nächsten Orden gehen. Ah, hier war doch auch die. Genau. Ja, 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 ja. Es ist gut, dass ich hier bin. Hier war ich doch. Bin ich am Ampfer lang gelaufen? Äh, das waren noch Zeiten. Einfach zu Fuß hier lang. Dann auf der Insel hier. Ja, ja, ja. Ich erinnere mich. Luftschnitt. Also, bitte sagt jedem eurer Kollegen und jenen, den ihr kennt, am Anfang Herrscher-Pokémon-Klippe machen. Das muss das allererste sein, was man macht, damit man schneller fahren kann. Das ist ja sonst echt grauenhaft. Oh. Oh. Das ist ja sonst. Das ist gemein, Wischblatt. Das ist gemein. Aus allen Wolken gefallen als du das Spiel gescheitert hast. Ähm, eine Frage. Sharky, welche Starter hast du genommen? Das müsste ich jetzt einmal sofort wissen. Für die volle Experience muss es sein. So, hier gibt es Bummels wahrscheinlich, ne? Wenn es hier Mund hier gibt, gibt es hier auch Bummels. Quacks, geil! Kannst du mir einen Wasser, äh, Starter züchten? Bei Zeiten, wenn du ein Ditto hast. Und mir das geben? Bummels! Bummels! Ja, 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 ich mein ja. Also ein bisschen Zeit hast noch. Ich hab erst 300 von 400 im Pokédex. Also noch tut's nicht Not. Ich hab noch ein paar andere zu finden. Gibt's Bummels, oder? Ja, hier gibt's Bummels. Scheiße, hier gibt's Bummels. Mankie, 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 Mankie. Oh, Sengu. Lara hat Kroko gewählt. Kroko hab ich schon. Kroko hab ich schon von Xerox. Kroko hab ich schon von Xerox. Wie Pity, das fehlt auch noch. Ey, schön. Noch eins, fällig. 900 Kilo wiegt das. Wow. Wummels, wo versteckst du dich? Oh, Wipity's. Hallo. Hallo. schön 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 aber so wie es aussieht gibt es keine anderen starte aus anderen editionen das ist ja schon mal echt schade ich habe zumindest noch keins gesehen oder gefunden komm Bummelz du bist ja wo bummelst du rum auf der insel he ja ... Musik ... Wo würde ich mich verstecken, wenn ich in Bummels wäre? ... Musik ... 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 Evoli Evoli auch im Sack Willst du das haben, Nobu? Dann könnte ich mir jetzt auch einen Blitzer oder Flammarer machen, ich glaube Flammarer nicht, aber Blitzer, ich habe einen Donnerstein, ich züchte alles, ey wieso bleibst du nicht drin Amelion Pseudo legendäres, Level 10 mit einem Hyperball bleibt nicht drin Ach und dann Critical Okay Kann man sehen, ich glaube mir fehlt, ja mir fehlt noch Ah Folie Purva ist auch noch drin Und nach Tara fehlt mir auch noch, stimmt Alle sind drin, ne? Ja Ich habe die komplett vergessen, Folie Purva, klar Oh Einen Backel gefunden, GG Wie Ich kannte das Pokémon nicht, ich habe aber Hefel auch weiter entwickelt Und dachte so dann, what the fuck Capuno gibt es auch Cool Man Ey Ich muss doch irgendwo ein Bummels rumfleuchen Hm Mhm Okay. Das gibt's nicht. Ein Puck ist hinter am Strand. Cool. 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 Haben sie auch noch echt Klavion? Heißt glaube ich Klavion. Hast du den schon gefunden? Wenn ja, ich brauche den. Gefunden ja, auch gefangen. Nö. Alles fangen musst du. Ach so, okay. Gut stehe. Ah. Ah. Das war's. Was ich auch noch nicht gesehen habe, ist sowas wie Fossile. Kabuto, Amonitas und was es da nicht alles gibt. Ich will jetzt ein Bummels haben. Ich will jetzt ein Bummels haben. Hast du schon ein Shiny? Ne, habe ich noch nicht. Aber ich kümmere mich erst um den Shinies, wenn ich den Schiller Pin habe. Deswegen kümmere ich mich auch so extrem um den Pokédex. Wenn ich Schiller Pin habe, dann gehe ich Shinies drücken. Ich habe erstmal die drei Starter und dann gucke ich mal was so Neues dazugekommen ist, worauf ich richtig Bock habe. Gruff finde ich ganz cool, vielleicht den. Ich muss eigentlich nur alle Shinies machen, die komplett neu sind im Game. Weil ich auch Schwert, Schild die meisten schon habe. Also ich habe da einen kompletten Shiny Decks. Braucht die hier alle nicht. Also nur die ganz neuen. Ich glaube ich werde auch erstmal die Story dann durchspielen. Und dann mich um Shinies wirklich kümmern. Weißt du schon wie man Gearspinst weiterentwickelt? Machst du einen Living Decks? Ja. Guck mal, da müsste ich Felino nicht mehr trainieren. Scheiße. Den ganzen Living Decks wahrscheinlich nicht, weil das sind einfach zu viele. Ich habe auch Schwertschild 350 oder so oder 400. Und es gibt ja über 800 Pokémon. Also ich bin weit weg vom Living Decks. Aber ja, immer mal wieder ein bisschen. Moin Luis. 999 Gearmünzen. Dankeschön. 999? Kommt mir sehr viel vor. Haben wir auch. Hey Luis. Viel Spaß. Ich komme bestimmt irgendwann Ende nächster Woche auch nochmal online. Aber erstmal Pokémon. Erstmal Pokémon. Erstmal Pokémon. Bis dahin soll es fertig sein. Ey, viel Spaß. Achte darauf, dass alles gut auf dem Server läuft. Weil ich kann aktuell gar nicht gucken. Ich weiß nicht, wer sonst so noch online ist. Monkey bestimmt und Chicken, keine Ahnung. Aber es ist 200. Billy. Guck mal, wer uns da beehrt. Wer uns da beehrt. Billy. Wie geht's dir? Wie viel Spaß hast du auf einer Skala von 1 bis 1? Ne, von 10 bis 10. So. Wieso ist das so rot? Was gibt's hier? Ist hier was krasses? Gibt's hier Bummels? Gibt's hier Bummels? Ah, hier gibt's auch Bummels. Ey komm, bitte. Muss doch irgendwo ein scheiß Bummels rumlaufen. Oha, das war der Ultra-Lag. Ist der im Wasser? Ne. Wieso fuck dich Trassler ab? Nobu 3? Krass. Ey, ich bin schon hart bei einer 8. Und die zwei Minuspunkte sind tatsächlich nur Fangquote und Grafik. Sonst wär's ja 10 von 10, bin ich ehrlich. Ey, das macht mir echt übertrieben viel Spaß. Dich nerven grad viele Sachen. Komm, nur männliche. Oh. Da hatte ich echt Glück. Ich hatte nach dem 4. Trassler ein weibliches. Mein 4. Trassler. Ne. Ne, anders. Ich hatte am Anfang männliches Trassler. Das hab ich mir auf 20 trainiert und auf die Box gepackt. Und irgendwann 6, 7, 8 Stunden später hab ich mir dann noch ein weibliches Kielia gefangen. Level 29. Ich muss das nur ein Level trainieren und zack, Gardewurf, fertig. Und freigelassen. War glaub ich das dritte, vierte Kielia, war direkt weiblich. Wieso finde ich Mundtier aber kein verkacktes Bummels? Das macht doch keinen Sinn. Bumm. Bumm. Ein Team besteht aus zwei Pokémon, wieso? Ich habe gar kein Team, ich spiele seit 25 oder 30 Stunden und ich habe alles mit Maskerade gemacht und mein Team chillt auf der Bank damit ich genug Platz habe um Pokédex zu vervollständigen und Pokémon passiv zu leveln und zu entwickeln. Ich habe gar kein Team. Ich habe nur zwei gefunden, achso und welche sind das, außer das Starter? Das gibt es nicht, dass ich hier keinen Bummels finde. Das kann fast nicht sein. Weiter mit von Knabon. Hast du schon Azugladis? Hör auf! Ich habe immer noch kein Fatility gefunden. Ich kann meinen Knabon nicht weiterentwickeln, weil ich einfach keinen Fatility finde. Ey, hier muss doch ein Bummels sein. Hat jemand ein Bummels, was er mir traden kann? Ich finde keinen Bummels. Ich gebe es auf. Terrasstück Stahl. Oh, Entschuldigung. Ich habe dieses T-Ding. Wo hast du das gefunden? Ich brauche halt zehn T-Splitter für meinen Knabon. Willst du wissen, wo die sind? Ja, ich will wissen, wo ich Fatility finde, weil ich brauche die Splitter. Auf Karmesin brauchst du ja Bromzell-Splitter. Und auf Purpur brauche ich ja Fertility-Splitter. Hier ist einfach ein Kind-Wurm. Random. Es gibt hier einfach kein Bummels. Ich kotze. Was macht man mit Terrasplittern? Ich denke mal, damit kannst du später die Terraform wechseln. Bei der Psycho-Arena. Dankeschön. Südzone 6. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Da war ich noch nicht, glaube ich. Aber da würde ich dann jetzt mal hingehen. Ich konnte Hyperbälle auch erst nach dem vierten Orden kaufen. Ich habe 300 Pokémon gefangen mit Superbällen. Das schaffst du schon, Nobu. Ansonsten Flop-Bälle sind sehr stark. Finsterbälle sind sehr stark in der Nacht. Haben halt eine Dreierquote. Ansonsten Netzbälle für alle Wasser- und Käfer-Pokémon. Tauchbälle für alle Pokémon auf Wasser. Ja. Okay, Südzone 6. Da gehe ich jetzt hin. Ich gebe Bummels auf. Ich mache mir ein Ei oder so. Mit Mundtier oder so. Keine Ahnung. Das wird nichts mit Bummels. Ist das die Akademie? Ja, ne? Ja. Okay, Südzone 6. Da. Die Katze. Mein Zerstatter. Maskerade. Ich kann ja mal sagen, welche ich geil finde. Muss durch die Höhle. Okay. Also das hier finde ich sehr stark. Ich weiß nicht. Ich glaube, das werde ich auch mal voll trainieren. Die. Das ist sehr, sehr stark. Und ich weiß nicht. Friedwuf. Das ist so ein cooles Design. Ich weiß nicht wieso. Den finde ich auch echt stark. Grand Forgita finde ich auch cool. Und da hört es auch schon wieder auf. Ich muss noch so viel entwickeln. Normalerweise viel muss ich auch noch entwickeln. Dafür muss ich einen Kampf machen. Hilfe. Okay. Ich muss durch die Höhle. Wie macht man die Entwicklung von Razav? Auf Level 35 erlernt es eine Geistattacke. 35? Ja, 35 erlernt es eine Geistattacke. Und. Die musst du 20 mal einsetzen. Und dann ein Level ab. Beeli denkt, ich müsste durch die Höhle. Hehe. So ein Noob. So ein Noob. Höhlen. Da wo ich hingehe, braucht man keine Höhlen. Kurz mal in Terra gucken Hey, Tommy Garno geht, cool Die Hidden Ability ist so nice Hast du die Hidden Ability? Die kann man doch gar nicht bekommen beim Starter Brauchst du ein Flass dafür Ich hoffe, also entweder, dass man das später hier bekommt Oder dass man von Schwert Schild dann rüber tauschen kann Da habe ich nämlich ein paar Noch nicht Welche Ability ist das denn? Wandlungskunst, was kann die? Reflex ist hier Reflex, Reflex, Reflex Ich brauche aber erst die Vorentwicklung So, hier soll Fertility sein, ja Terra Stück Psycho, cool Finstere Aura auch cool Da ist es Kill es Ich muss es auch fangen Ups Ich muss es auch fangen Da Was ist hier drin? Ach ne, hier spinnst du Das hat auch eine Weiterentwicklung, oder? Was bringen die Gierspinstmünzen? Damit kannst du Gierspinst weiterentwickeln Ah Maisbeady Wandlungskunst Stimmt, ich erinnere mich Und Fertility hat eine Entwicklung, ne? Ich google mal eben Müsst ihr nicht immer alles schreiben Rissige Kanne, oder löchrige Kanne? Ich habe sogar eine Ich habe sogar so eine komische Kanne Aber erstmal noch ein paar davon killen Ich habe so eine Kanne gefunden Moin Nick Ich bin immer nur ein Ach krass, Xerox Das ist ja nicht gut, ne? Ah, okay Ah, okay müsste ich zehn haben oder zwölf stück sogar schön ist das hier vorne auch die stadt wo ich hin muss asarilla nee wie heißt die doch asarilla war das ne ich erinnere mich doch ich glaube hier kann ich dann umtauschen schau mal wo wir umtauschen können auch cool den alten sprites ich glaube für das heutige youtube-video nämlich das als 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 links als sammel das ist ganz cool also wo ist jetzt der laden ist du der laden das ist ein brotladen was dein lieblingsstarter maskerade oder meinst du insgesamt insgesamt ist schon schwieriger da kann ich dir nicht sagen was der beste ist höchstens eine auswahl sumpex ist nice ich kann ja von jeder generation erste generation sind alle geil alle drei gleich geil zweite generation alle bis auf megane also iglava und im pegator t essen dritte habe ich ja gesagt sumpex ist cool logog auch gewaldo fühle ich jetzt nicht so vierte finde ich tatsächlich am schwächsten da würde ich sagen terror lesen wir mal das pflanzen auf jeden fall wo muss ich hin äh beli fünfte generation kann ich nichts zu sagen habe ich nicht gespielt die sind aber auch alle übel scheiße das sind die schlimmste starter überhaupt davon also wenn es geht würde ich gar keinen davon nehmen sonne und mond finde ich das wasser starter am geilsten äh xy was war xy nochmal für starter erinnere mich nicht keine ahnung xy weiß ich gerade nicht und schwertschild würde ich sagen libelo auf jeden fall wo sind das aktuell pokémon pokémon das sind pokémon äh beli beli wo muss ich hin für ähm ähm den namen stellen ich meine das ist hier die stadt ich meine das hier ist die stadt asarilla asarilla oder so ich meine tatsächlich dass sie das hier ist und hier kann man irgendwo diese splitter aus äh stimmt froxy stimmt äh froxy boah ich erinnere mich gar nicht mehr an die müsste ich halt nicht mehr wieder spielen ne ist nicht die richtige mist aber die hieß so ähnlich xy froxy was gab's noch xy froxy was gab's noch da noch umschauen 17er höhle froxy fingers igamaru ja dann froxy save froxy pinchores aus dankeschön naja pinchores mach ich jetzt können wir für den pokédex dann unsere mal eben hin und her tauschen beli ich geb dir meins du krieg ich du kriegst mit deins ach nicht vor auf Pinchores. P-Ponchores. Ponchores. Stimmt war ich da auch noch nicht. Poncho. Poncho? Pinchores. Pinchores. Pinchores? Oder was ist das? Kucharito. Pinchores. Heißt das auf Deutsch auch so? Ich spiele auf Deutsch, ne? Pinchores. Da! Pinchores. Pinchores Ost. Pinchores Ost. Du. Du. ... ... ... ... Das war's für heute. Das ist ne alte Frau mit nem roten Pullover, ok Ne Fluch ist da Ich bin vor dem Willen bezeichelt Ey, wann entwickelt sich Molung? Nur weiblich! Ausatmen Hat eigentlich schon jemand eine Ahnung, wie sich Magneton weiterentwickelt? Donnerstein. Die neue Form natürlich, die neue Form. Also ein eigenes Pokémon. Okay, ich dachte, das ist wie Rasa, weißt du? Sieht sehr cool aus. So geht das nicht? Wieso geht das nicht? So geht das nicht. Böse Dinge tun. Brauchst du wieder. Löchrige Kanne. Fertility Originalform. Was denn die Originalform und die Fälschungsform? Habe ich noch eine andere Tee-Tasse, Tee-Kanne? Ne. Wie erkenne ich den Unterschied? Beli, du weißt das doch bestimmt. Zum Tragen geben? Ne, 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 ne. Hier steht, es gibt einmal Fertility Fälschungsform, da ist die rissige Kanne. Und Fertility Originalform, da ist die löchrige Kanne. Weiß aber nicht, wo der Unterschied ist. Wie erkennt man den Unterschied? Sie sehen komplett gleich aus, wenn du mich fragst. Da ist ein Stempel unter dem Ding. Unter dem Ding? Wie soll ich das denn erkennen? Wie erkennt man das denn? Aber das juckt gar nicht. Ich habe es ja gerade versucht mit der löchrigen Kanne. Oder rissigen Kanne oder was ich da habe. Da. Zum Tragen geben? Okay. Und dann ein Level machen? Ups, falsch. Probably. Äh, bist du dir jetzt sicher oder nicht? Also ich brauche eventuell dann schon keine Halbwahrheiten. Nur wenn du dir sicher bist. Ich sehe es ja hier gerade. Es gibt eine Fälschungs- und eine Originalform. Und dann gibt es eine rissige Kanne und eine löchrige Kanne. Da. Bringt nix. Ist kein Problem. Ich fange einfach noch ein paar. Ich werde da wohl irgendeins finden, mit dem was richtig ist. Damit keine Ahnung. Hmm? Ich bin mir nicht willst. Ok Sus, das geht los. Los Link imagen gibt uns. Ich kann da nicht drunter gucken. Ausröpieren leider. Scheiße. Oh, die andere Kanne besorgen, ne? Aber keine Ahnung, wo es diese andere Kanne gibt. Fälschungsform. Okay. 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 So weit geht das auch ein bisschen schneller. Den muss ich noch entwickeln mit laufen. Das mach ich mal eben Komm, wie schnell bist du? Du bist richtig lahm Nee, noch nicht Mist Xerox, hast du Karmicin oder Pupur? Und wenn du Karmicin hast, hast du schon Fertility? Karmicin und nein Scheiße Okay, dann müssen wir uns da noch ein bisschen gedulden Und wenn du Karmicin hast, hast du da noch ein bisschen gedulden? Und wenn du Karmicin hast, hast du schon Fertility? Ja, ich glaube, ich habe die Karmicin oder Pupur. Okay, jetzt ist das mal S piano. Und wenn du Karmicin hast, hast du schon da noch ein bisschen gedulden? Und wenn du Karmicin hast, hast du schon das so schnell an! Untertitelung. BR 2018 Ich probiere es mal aus. Noch nicht so weit. Ich glaube ich muss da auch ein Pokémon mit Trugschlag machen. Ja, mein geiler Gladi habe ich dir ja gerade gegeben. Das kann ich nicht mehr benutzen. Das hätte ich eh nicht benutzen können, weil mir gehorchen die Pokémon auch nur bis 45, die ich gefangen habe. Das heißt, ich müsste eins nehmen, was auf niedrigerem Level ist und das erstmal hochleveln. So. Ja, ja, stimmt Ich könnte es machen Ich könnte es machen Aber ich habe auch keinen Funkelstein mehr Oder? Doch, ich habe noch einen Funkelstein Ja, ich könnte es machen Ich habe ja eh Trugschlag, ich müsste eigentlich nur ein anderes Pokémon nehmen Irgendein Pokémon, das Trugschlag erlernen kann Aber irgendeins, was ich auch geil finde Wo sich es auch lohnt Damit rumzulaufen Draagoran zum Beispiel Aber das kann Trugschlag leider nicht alle haben Kappels, Galagladi und Sengu Bäh Aha Es ist vollbracht Und ich gehe schnell hin Okay 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist das denn, Fünfi? Scarabax. Scarabax. Das ist dein Käferpokon, Nobu. Hol's dir. Oh, soll ich's dir rübertauschen? Oh, soll ich's dir rübertauschen? Gravolo hat keine Weiterentwicklung, oder? Dann geben wir langsam die Pokémon aus, die ich weiterentwickeln kann. Das hier kann ich mal eben zu Blitzer machen. Also die werde ich nicht entwickeln, die werde ich so fangen. Also das habe ich bisher noch nicht gesehen, deswegen würde ich das mal nehmen. Klibber hat glaube ich auch keine Weiterentwicklung, oder? Und hier Popotars könnte ich auch so fangen. Begut? Okay. Ok. Okay. Okay. Fully porrbar, könnte ich auch machen. Ich mache erstmal Donnerstein, weil davon habe ich zwei. Moin Janbra. Ich hatte das halt schon einen Tag vor Release. Ich habe das schon seit Donnerstag. So, blitzern wir auch. Guck mal, ich habe alle Herrscher, fünf Orden und vier Starbases. Also ich bin auch noch nicht durch. Ein Viertel des Pokédexes. Ja, aber das macht auch so viel Spaß. Das mit dem Pokédex ist ja gerade das, was Bock macht. Weibliches Trassler. Du suchst so lange nach einem weiblichen Trassler schon? Ich habe gar keine, ich habe keinen Trassler auf Lager, aber ich könnte für dich mal einen suchen gehen. Wenn du willst. Wo waren die denn nochmal? An irgendeiner Windmühle, ne? Was ich... Hier, ne? Hier war das. Nein, hier war es nicht. Hier war es. Vielleicht will er ja einen Gardebohr. Hier ist auch falsch. Was war das denn nochmal? Hast du noch ein weibliches Erox? Hier war es. Ciao. Da unten. Da unten. Na toll, dann brauche ich da nicht dahin. Okay, gut. Was wollte ich denn jetzt nochmal? Ich gehe leveln. Hippo könnte ich mir fangen. Das Hippo Ding. Ich meine, das war doch hier drin, ne? Nein, das ist nicht die Wüste. Die Wüste links ist es. Das ist Brutzelwüste, genau. Ja, ja, ich meine. Schoss, zweite Mal, dass das passiert. Äh, Sharky hat. Ähm, das Wasser-Pokémon. Hier gab's Hippos, oder? Wenn man nicht alles täuscht. Ich weiß nicht. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich kann schwören, hier gab es Vashka-Wheel und auch die Hippo-Entwicklung. Da ist Hippo. Wo ist die Entwicklung? Da ist Vashka, dich brauche ich. Wirbelwind macht der Sack. Da hinten, nehmens direkt das. Nein, 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 nein. Hör auf in den Wirbelwind du Dummkopf. Ja komm komm in die Gruppe. Ja komm in die Gruppe. Wie funktioniert nochmal der Level-Ball? Okay ich bringe noch nix. Überball. Bede und ich müssen gleich mal die Azuglades tauschen. Billy wenn du gerade dabei bist, sollen wir das gerade machen? Auch das in deiner Form? Ach hast du Purpur? Ich dachte du hast Carmesin. Schön könntest du aus Carmesin. Ah ok gut. Dann habe ich nichts gesagt. Dann müssen wir auf Xerox warten. Farmeepieps hast du dich entwickelt? Habe ich gar nicht mitbekommen. Farmeepieps? Habe ich gar nicht mitbekommen. Da. Farmeepieps. Da. Hab ich. Gut. Wunderbar. Boah. Habe ich ja gar nicht gecheckt. Hä? Wann war das denn? Kannst du was selbst machen? Sollte so gehen? Verstehe nicht. Sollten wir das mal ausprobieren? Sollten wir das mal ausprobieren? Das wäre doch mal ein krasser... Das wäre krass. Lass uns das mal ausprobieren. Mach mal einen Code. Dann kannst du Carmesin Exclusives fangen. Das machen wir mal. Aber dann... Ich muss dann rumfliegen können. Ah warte. Ich mach das direkt mal am richtigen. Bei Pinchot wie das heißt. Pinchot ist direkt. Da brauche ich nur noch einen Knabrun. Neues. Aber das finde ich. Du hast da Buchstaben. Aber hier sind Zahlen. Du hast da Buchstaben. Wechseltastatur. Hier kann man nicht wechseln. Tastatur. Was lassen wir mit dem Internet verbinden? Ah. P. J. P. G. H. R. Okay. 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 Sirux. Willst du dazukommen oder? Grad keine Zeit. Starte Sirux. Ich denke er ist gerade beschäftigt. Ich kannlaivos auch nichtест션en warten. Er ist mit seinem weiblichen Trassler beschäftigt. Wenn das jetzt klappt, dann bin ich beeindruckt, wenn das klappt. Nee, 10 Fatalite. Kannst du hier hinkommen, Xerox? Klappt nicht, nee. Okay, dann geht's nicht. Wie komme ich denn hier raus? Dann müssen wir warten, bis du hier bist. Du brauchst 10 Bronzelsplitter übrigens. Warum willst du denn raus? Damit ich weitermachen kann. Ach, hätte ich auch hier machen können, ne? Aber es bringt ja nichts, ob ich jetzt hier drin bin oder nicht. Macht da keinen Unterschied eigentlich, oder? Klar, wir haben raus. Hier gibt's bestimmt auch Driftlern, oder? Ja. Klar, wir haben, oder? Ja. Ey! Den brauch ich auch noch. Überlebt er nicht, ne? Vielleicht sollte ich mir für die letzten Pokémon echt das mit dem Trugschlag überlegen. gut. Oh, gut. Für die Legis brauche ich eh Trugschlag, denke ich mal. Am besten Pokémon, was er auch einschläfern kann. Hypnose plus Trugschlag. Da wäre Galagladi fast sogar perfekt. Kann Galagladi Hypnose? Ja, kann er. Kilia erlernt Hypnose. Würde Para nehmen, Para ist stärker. Okay, dann einer mit Donnerwelle und Trugschlag. Fällt da einer spontan ein? Donnerwelle plus Trugschlag. Sicher, dann kann er nicht aufwachen. Stimmt. Das ist so lächerlich, ne? Das ist so lächerlich. Als wäre das ein legendäres Pokémon, Alter. Galagladi kann beides Donnerwelle schlafen und Trugschlag. Ich nehm Galagladis. Es muss sein. Es muss ja fast schon sein. Blitzer kann auch Trugschlag. Ich glaube, ich habe Blitzer. Ne, ich habe Blitzer noch. Blitzer kann Trugschlag? Okay, Blitzer, du bist es. Das ist lächerlich. Guck mal, wie wenig KP der hat. Ich habe schon 10 Bälle draufgeworfen. Der bleibt nicht drin. Das kann nicht sein. Was hat der für eine Flucht, äh, für eine Fangquote? Und das ist ein Hyperball. Das macht mich richtig sauer, ne? Das ist das, was mich schon immer übel abfuckt bei Pokémon. Es fuckt mich so übertrieben ab. Alter. Okay. Das ist das, was ich nicht so übertrieben. als wäre das ein legendäres pokémon ist es ist unglaublich macht mich so sauer so 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 Das war's für heute. 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 Ich glaube, ich muss den jetzt erstmal ein bisschen leveln. Das war's für heute. Ich glaube, hier war das auch mit den Kilias. Ja, guck, hier sind die Kilias. Soll ich mal gucken, ob das direkt ein weibliches ist? Das wäre doch witzig, oder? Nee, wäre witzig. Direkt weiblich wäre witzig gewesen. Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. Okay. 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 29. Also 40 muss es glaube ich schon sein wenigstens. Würde ich sagen. 30. 30. 30. 30. 40. 40. 60. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Das war's für heute. 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 Ey, will ich... Das war's für heute. 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 Schwimmen und klettern. Das ist richtig, richtig huge. Klettern sogar noch mehr als schwimmen. Klettern ist echt übertrieben krass. Oh, FM entwickelt sich. Natürlich. Vielleicht mach ich auch für die Top 4 mehr ein komplettes Drachenteam. Ohafnir, Dragoran, Katapuldra, das neue Eis-Drachen-Pokémon. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja. Das war's für heute. Ich bin Level 71. Vielleicht gib ich mir noch den Muskel-Bund. Dann kill ich die auch safe. Das war's. Rabe Droa, das ist das. Na, es gibt noch mal mehr. Na, es gibt noch mehr. Boah, es ist die Düge am Längen. Sie hat Zeitlupe angesagt. Das ist die Düge am Längen. 42 Blitzer schon. Oh, Milzer entwickelt sich. Natürlich. Ich weiß nicht genau auf welchem Level er sich zur dritten entwickelt. Mal gucken. Milzer auf 48. Gar nicht so spät. Nobu, bist du noch da? Scheiße. Ja. 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 Da. Ja. Das war's für heute. 92 Angriffen. Ich bring dir mal Donnerzahn bei. Vielleicht kann er damit ja sogar einen Garados besiegen. Das war's für heute. Kann ich auch los. Das war's für heute. Ich kann nicht sagen, wie viele ich von diesem Pokémon schon gekillt hab. Bestimmt schon 100. Ach, mehr als 100. Oh Gott. Okay. 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 Hmm, Hälfte. 3.500 gibt das. Gerne noch ein Garados, bitte. Ah, schön, fertig. Den haben wir auch fertig. Ja, schön, fertig. Hm. Okay. 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 No. Okay. 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 Wann kommt denn hier mal wieder ein Garados? Oh, das Garados ist jetzt tot und versuche ich den Rest jetzt mit Blitzer. Kann der vielleicht Donnerblitzer lernen? Donnershock? Donnerblitzer habe ich zweimal, ist schon okay. Und jetzt am besten Garados. Ich kann auch den versuchen. Ist das Terra-Typ normal oder was ist das? Ah, weil es Evoli war? Ah, weil es mal Evoli war, ist jetzt Terra-Typ normal. Das bringt ja nicht so viel. Oh, fast tot. Nicht schlecht. Aber die Attacke ist so stark. Scheiße. Ich denke, das reicht jetzt auch erstmal als Leveln, oder? Für hier. Terra-Typ normal für Trugschlag ist eigentlich voll gut. Ich ziehe mir drauf. Klopfen Klopfen Oh, ein Kämpfer. Da ist ne Panette, Lul. Gutes Blitzer. Da, klar, wir haben, klar, wir haben, klar, wir haben, wir haben, ein Baby-Hippo. Meinst du, der Popo saß, aber wie er es heißt? Das war auch noch ein Volltreffer. Das ist ja gar kein Schaden. Das war mein Donnerzahn. Jetzt wird der wohl überleben. Ja, easy. Na, schau, 4, GG. Welchen denn? Der, der Wasser? Oder Donfahn? Oder Donfahn hast du schon, ne? Na ja, war ja. So, wenn es jetzt nicht mit dem ersten Ball drin ist, ne, bin ich sooo sauer. Na ja. Ey, no. Der war ja. Okay. So, er hat입니다. cool hier gibt es hier die nara ganz entspannend hier 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 Für ne Kind Ditto. Xerox, gib ihm doch mal dein Ditto, Mann. Das würde uns allen helfen. Gib ihm doch mal dein Ditto. 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 Eeey, Kindwurm im Wettbezich. Untertitelung des ZDF, 2020 Schick den Coder einfach hier rein Oder bei Discord Schick den Coder, den Coder und den Coder Schick den Coder Da willst du mal einen Garados haben, findest keins. Ja, safe Novo, safe. Würde mich auch wundern, wenn nicht. Genauso wird es sein. Wir haben ja auch eben über Ditto gesprochen, zack, Ditto gefunden. Ey. Knattertocks. Ja. 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 Hab nix mehr Igni War könnte ich noch leveln Bis Level 52 Scheiße 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 Das war's für heute. Donner! Nur 70er Genauigkeit, das lohnt sich nicht, ne? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das soll ich nämlich jetzt mal anfangen zu suchen. Beziehungsweise wo, äh, ich glaub, Beli war das, ne? Der einen Lucario gefunden hatte. Nö, muss ich gleich mal im Poker X gucken. Das war's für heute. Na, reingerutscht. Südzone 4, danke, Südzone 4, danke, Xerox. Das war's für heute. Hier? 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 Hier hab ich doch eben die ganze Zeit rumgelatscht, oder nicht? Okay, von hier aus, okay, von hier aus nach gelb. Hier? 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 Ja. Hier? Hier? Her? Hier? Musik Okay, hier kann ich dann quasi genau nachgucken, was mir fehlt, ne? Musik 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 Oh, weiblich Knopfel, danke Nobu Weiblich Amphira Schön, schön, schön Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Krampionabel Wie registriert Ist das schon die Weiterentwicklung? Das ist schon die Weiterentwicklung, ne? Ah ja, natürlich, easy So, Riolu, zeig dich Zeig dich Zeig Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So, jetzt können wir hier kurz gucken. Riolu? Ja, hier gibt's Riolu. Man muss es nur finden. Ich muss es nur finden. Ich muss es nur finden. Gefunden! Hallöchen! Schön, schön, schön! Ja, ich muss es nur finden. Wenn ich gerne Riolo züchten, kannst du dir auch selber hinzuholen. Ich fange erst mit Züchten an, wenn ich den Pokédex voll habe. Oder ich züchten muss wegen dem Pokédex. Ich kann dir gerne noch eins. Ich kann dir gerne das Lucario geben, wenn ich es entwickelt habe. Aber ich züchte ja jetzt nicht extra an Riolo. Ja, ich brauche das Wasserstarter noch. Was machen wir denn da, Leute? Bummels. Ey, geil, Nobu. Das müssen wir tauschen. Können wir... Ach so, Flammkörper wegen Züchten. Ach man, ich dachte, du meinst das Knarbon. Ja, klar. Mal sehen wir das. Ich meine, ich finde ich noch gut, ist es näher Based finde ich den Knarbon. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Hmm. 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 Sobald du einen Code reinschreibst, geh ich rein. Hmm. 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 jetzt lasst mich hier bitte ein bummelchen und nobu danke dir fürs tauschen für die knapfe hier muss es also dass ich hier nicht ein bummels gesehen habe hier hier Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bummels ist bestimmt in einem Baum oder so Alles klar, Xerox, hau rein Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich guck mal in den Terra Raid rein Ich brauche einen Bummels, bitte Das war Lucky Bitte geh rein Bitte geh rein Geil Geil Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es gibt Magnetzone in dem Game. Bummels am Start, schön, 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 eigentlich könnte ich jetzt chillig die Arenen weitermachen. Weil ich kann mal kurz in dem Pokédex gucken ob noch irgendwas ist worüber ich stolper. Was ich mir easy holen könnte. Da fehlen mir zwei. 107 und 108. Was ist das? Hm. Weiß ich nicht. Krawell, keine Ahnung wo man den weiterentwickelt. Kaumalad. Ganz links da. Was kriegen wir hin? Hier ne? Leuchtturm von sowieso. Hier solls Kaumalad geben. Ja. Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin verwirrt. Bei dem Link, den ihr Sirus geschickt habt. Ich wollte noch mal in den Poklex gucken. Hier ist erstmal nix. Das sieht man hier auch zuletzt angesehen. Guck mal hier. Auch gut. Ach guck mal, hat der vielleicht ein Gebiet, wo man ihn finden kann? Ne, schade. Was ist das? Lebt in Höhlen. Oh, das ist eine gute Info. Die bräuchte ich auch bei Kaumala dann. Kann man nicht direkt eine Seite weitermachen? Lebt in Höhlen. Jetzt wäre es, während ihr schläft. Okay. Da links. Das heißt, hier muss irgendwo eine Höhle sein, denke ich mal. Ja, hier ist bestimmt irgendwo eine Höhle. Ja. 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 Oh 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 Liebeskurs Habe ich noch nicht Oh es hat geklingelt Ich gehe mal ganz kurz Ich gehe mal ganz kurz Ich gehe mal ganz kurz Gefangen Sehr schön Ich hätte gedacht, hier ist irgendwo eine Höhle dann Ich gehe mal ganz kurz Ich gucke mir jetzt gerade ein Ditto Ey, dass man hier immer wieder durchlatschen muss Ich bin hier auch falsch Oder Was ist unten an so einem Fluss Das ist hier Ich gehe mal ganz kurz 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 Oh, da ist eine Höhle Ich gehe mal ganz kurz Da ist er bestimmt drin Ich gehe mal ganz kurz Ich gehe mal ganz kurz Das war's für heute. Ja, hier ist es. 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 Zubiris. 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 Wahrscheinlich wird. Zubiris. 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 Das war's für heute. 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 What? What? Capuno. Oh ja, Capuno ist das nächste. Wo gibt's Capuno? Capuno. Oh! Gibt's nicht in Purpur. Haben wir noch Karmesin-Leute im Chat? 109 und 110 fehlen. Was ist das? Das ist Knapfel. Ja, das sind die Knapfelsachen. Knackrad bin ich am entwickeln. Driftlon. Gibt's auch nicht hier. Driftlon brauche ich. Das bin ich auch im Leveln. Riolo kommt danach. Hier brauche ich die andere Form. Also Nobu, du bist gefragt. Hier fehlt mir noch Flamara. Nachtara und Fulipurba. Da könnte ich 3 Eier machen vom Blitzer. Reflex muss ich nur entwickeln. Magneton kann ich entwickeln und ein Ei machen. Schunkapu. Brauche ich auch. Mimigma. Ok. Lebt in Bäldern. Lebt in Bäldern. Hier im Schimmerhain. Bestimmt. Und dann wahrscheinlich nur nachts oder so. Könnte ich mir vorstellen. Oh, es ist kurz sogar gerade Nacht. Vielleicht habe ich hier direkt Glück. Ich Alter ganz deaf Wärme. Dankeschön. Okay. Also bei Schwertschild war es immer nur, wenn dies nebelig war, konnte man das finden. Da ging es wirklich darum, was für eine, was für Wetter es gab. Ich sehe schon mal keinen Mimikma. 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 Sieg und sein nicht noch mitmachen wird. Superball, fliegt! BAM! Mir wird man auch am Start. Schön, schön, schön. Schön, 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 schön. So, kurz mein Handy laden gehen. Sieht mich komplett aus. Einer meiner Lieblings-Pokemon-Mimik-Mach. So, habe ich gegen den gekämpft? Ja, ne? Mortipod, das ist auch echt noch ein Problem. Was gibt es als nächstes? Mondball! Uh! Sichlor, Scherox, was ist denn hier? Skaraborne! Krass, dass man das direkt sehen kann, obwohl man es noch nicht hat. Okay, oben links, über dem Wasser. Lebt in der Nähe von Bäumen, okay. Können wir machen. Also, war es jetzt hier? Ne, hier, ne? Denk ich mal. Caldero sehe nach Norn. Vielleicht. Ich habe das hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, hier bin ich richtig, Sichtchlor Knusperwald Hier gibt es Garaborn Da ist es auch schon Vielleicht gibt es hier auch direkt Scherox Der wird 56 Ich hätte auch einen Donnerblitz machen können Donnerblitz Ah Mist, das ist so ein Käfer Kann ich da ein Netzball machen Ist besser Fully Purva gibt es hier Ich suche mal ein bisschen Ich gucke mich mal ein bisschen um Leta King gibt es hier Lol Knusperwald ist krass Hier kann man bestimmt auch richtig krass leveln Geht Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Leben Orb finde ich auf Maske, aber na komm lass mal raus So wie viel gibt es hier so im Forst Delka, wenn ich es besiegen würde 52 Das ist nicht mehr tot Gar nicht so viel Mantes Das ist nicht mehr so viel Wenn ich den Wenn ich es so mache Er haut ab Daher, kill ihn Kill ihn doch Perfekt Okay, was wenn ich Deep Gang hier kill Ja, Auto Battle gibt halt echt keine Erfahrung Auto Battle gibt keine Erfahrung Ich habe Evo Lies Drei Stück würde ich nehmen Okay, ich habe ihn mit dem Okay, ich habe ihn mit dem Es gibt so einen Skaraborn, meine Erfahrung 54 Knuddler Ja, not bad Ich hatte Angst, dass ich es okay und wenn ich, um Existenz Zoaney zu geben habe, wenn ich nichts mehr dabei war Ich habe nichts mehr dabei, ich werde das, die, die wir hier sehen Ich habe keine Frage, dass ich, dass sie die Kräfte schlafen, die zいて playingen Wenn ich nicht, den Lied von der Liede Was gibt es so in Leta King? Hier gibt es auch übel viel Erfahrung, oder? Der muss übel viel geben. Leta King gibt so viel wie einen Charneyraucher. Lässt nicht, weil sie tot ist. Knacksel kriegt jetzt bestimmt 5000 Erfahrung. 6800. Ups. Also Leta King besiege ich gerne nochmal. Das lohnt sich. 1. 2. 3. 4. 6. Ja und angeblich gibt es hier Fully Purva. Vielleicht oben. Hier kommen. Ja. Ja. 10. 5. Das war's für heute. Das war's für heute. 9000 Pokodollar. Weggepilzt. Hier gibt's einen Raichu. Hier ist ein Leder King. Abfahrt. 1155. Ja, Knusper, Wald, Laser King. Hier kannst du am besten leveln. Bist du verrückt? Knusper, Wald, Leder King. Ich sag's euch. Ne, da gehen wir ins Eisgebiet. Heute wollen wir hier bleiben für Fully Purber. Fully Purber und Leder King. Muss es hier irgendwo geben. Hmm. Hau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube mittlerweile ist es einfach random, wie die Pokémon hier erscheinen, dass es nicht in dem Habitat nochmal irgendwo einen speziellen Ort gibt, wo die spawnen können, sondern dass sie halt einfach seltener oder nicht selten sind. Ich habe nicht das Gefühl, dass es hier nach irgendeiner Logik geht, wo die Pokémon spawnen. Also diese Evoli-Formen, da habe ich immer Probleme, die zu finden, irgendwie. Dann hast du diese Gruppen. Loll, Blitzer. Wieso gibt es hier Blitzer? Wieso? 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 Ja, eigentlich soll hier Fully Purber sein und nicht Blitzer. Ist das wirklich Zeitlupe hier in dem Gebiet? Wieso? 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 Geht auch, King. Auf Wiedersehen. Untertitelung. BR 2018 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 Mal wissen, wie viel Erfahrung das Ding gibt. 56 Na, ist okay. Ist mir jetzt okay. Ist sowas sehr gut. Aber nicht so gut wie Leta King. Ich glaube besser als Leta King wäre nur Heilthera. Oh oh. 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 Oh oh. Oh oh. 6.000 6.000 6.000 7.000 7.000 8.000 9.000 Rissige Kanne! Habe ich meine Fertilité noch oder habe ich ihn freigelassen, sonst muss ich mir schnell einen holen. Ach Robustheit, also den besiege ich ihn nicht noch einmal. Konter! Ja! Ja! Fertilité habe ich nicht mehr, aber ist das denn auch die, die ich brauche? Müsste ich jetzt zwei verschiedene haben, ne? Ja! Rissige und löchrige habe ich jetzt, perfekt. Das heißt ich könnte Fertilité, den ich glaube ich nicht mehr habe, weil ich habe ihn freigelassen, leveln. Ah ja, habe ich weggelassen, wir werden ja auch weggehauen. Die beiden Knapfels. Ja ja, es läuft langsam. Es läuft! Magneton noch leveln und ein Debi machen. Normfini, weiß ich nicht wie das geht, irgendeinen Kampf machen. Sichlor, Gierspenst. Die beiden sind auch schwierig, da weiß ich nicht wie ich sie entwickeln soll. Easy! Ich würde glaube ich auch jetzt offline gehen. Es sind schon wieder über acht Stunden. Es ist eine krass lange Folge wieder. Ich habe übel Hunger. und dann morgen früh weitermachen, Leute.